einen wunderschönen guten abend euch allen zusammen da bin ich wieder und heute wie gesagt wenn ich heute da bin ja mit fallgeist also sehen wir hier fallgeist wette ist gedacht dass ich das tue was ich gesagt habe dass ich tun werde ein wunder hallo alex die auch schon da sind ja schauen wir doch mal wie das heute hier läuft mehr als schief gehen kann es ja nicht und wie ich auch schon gesagt habe so den ersten teil des streams spiele ich erst mal ein bisschen solo und danach dann später wieder gerne squatch show ist nicht wahr es ist folger ist ja ich habe jetzt auch diese kostüme ich auch gestern geschenkt bekommen ich will das übrigens voll grausam dass diese ganzen gesichter nicht richtig schwarz sind das ist ja sowieso schon dich aber die jedoch die auch nicht schrecklich hey galaxy hey dragula euch beiden auch einen wunderschönen guten abend ich würde sagen mir geht es ganz gut sonst wäre ich ja nicht hier noch nicht behaupten ja heute gibt es regenbogen katzen holen wir uns das direkt doch schon mal jetzt habe ich auch noch angezogen verdammt die haben immer noch finger nägel oder cloud oder wie das auch mit bei dem kostüm denn willst ich mag die immer noch nicht aber ich will definitiv nicht so rumlaufen jetzt erst mal da ist es dann schaue ich doch erst mal was das jetzt so gibt das andere kostüm teilweise ist da gerade noch gibt das kann ich mir wenn du den titel lesen könnte steht da jeder sich erst mal alleine spiele also von daher dafür ist der titel da um der sache reizuschreiben die man dann lesen kann und meistens auch mal sollte wo ich mir jetzt erst mal ganz viele kronen alleine ich habe meinen checker wieder vergessen anzubachen sehr gut wo sie nach der runde dran denken jetzt ist zu spät natürlich wird der titel angezeigt wenn man den channel join ja aber wenn der ladescreen schon da ist dann sieht das spiel ja schon dann ist ja schon zu spät in der regel um ihn anzumachen weil da merkt das ding ja was für eine show ist es oder was für eine runde also mache ich den danach an das glaube ich besser bevor noch irgendwas anderes kaputt geht ich will zwar nicht darauf ankommen lassen weil ausprobiert habe ich das noch nie hole in one oh nochmal und diesmal waren es zwei schläge nach ich laufe jetzt einfach das loch ist doof na offensichtlich ja schon auf sich die spiel ich ja doch voll blöd nur dass keiner die bahn gewechselt nachdem ich das erste mal eingelocht habe also 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 wenn ich einen Stream aufmache, egal ob auf dem Handy oder auf dem Desktop, sehe ich bei beiden direkt den Titel. Mindestens den Anfang. Ich glaube, der schafft das hier nicht mehr ins Ziel, ne? Der Freezing Streaming Hammer. Ja, na, konnte ich die Bahn nochmal üben. Das ein Loch nochmal. Hat ja nochmal zweimal gut geklappt. Deswegen nehme ich den Hammer auch bei Schleimkraxlern. Ich bin gut darin, in Löcher zu fliegen und da sind zwar keine direkten Löcher, sondern nur Schleim an den Seiten, aber da würde ich dann auch sehr gut bestimmt reinfallen erstmal. Und weil ich es halt eh nicht brauche, ne? Wolkenrennen. Also ich weiß an sich ja, wie ich mit den Hämmern umgehen muss, deswegen würde das wahrscheinlich die meiste Zeit klappen, aber für die Male, wo es nicht klappt, wäre es halt voll doof. Da bräuchte ich dann wirklich erst so einen Übungsplatz für genau die Situation. Oh. Ah, der ist besser als... Ich finde ihn besser als der andere. Da ist er wenigstens mal ein bisschen mehr Farbe. Nicht wie mit dieser anderen Farbe von dem Kostüm. Also macht ihr den schon wieder. Geht doch einfach vorbei. Schräglich sind die alle. Sehr schön. Ja, aber ich habe die Kostüme doch neu seit gestern. Da muss ich die auch mal tragen. Guck, da hat das eine an. Brauche ich das selber nicht. Oh, ist er wieder runtergefallen. Und dann müsste ich hier in dem Shell-Kostüm rumlaufen und nicht in dem Peabody-Kostüm. Ja, man kann halt auch rumjammern. Wie viel... Gibt doch jeden Skin so gut wie in zwei Varianten. Damit auch ein bisschen mehr Abwechslung ist. Gott, das Ding kostet eine Krone pro Teil. Und wenn du es nicht haben willst, dann kaufst du es dir halt nicht. Das wegt dich ja niemand zu. Schleimkraxler, uh. Was haben wir denn am Ende? Die Pendel. Ja, von mir aus. Ich starte ganz hinten rechts. Und dadurch, dass der Skin heute rausgekommen ist, wissen wir auch, warum die Teamfarben von dem anderen Kostüm schon Streifen hatten. Weil das Kostüm so auch Streifen hat. Das erklärt dann einiges. Wups, ich sollte auch nach vorne hechten, ne? Oh. Oh. Lass da Eis. Ah, den war ich auch bei BZ. Der heißt Neis Creme. Zumindest vom Namen her. Okay. Da ist aber einer richtig fliegen gegangen, ne? Aber er ist noch nicht rausgeflogen. Oh. Oh. Das war knapp. Komm schon, du schaffst das. Jetzt nicht nochmal da drauf fallen. Sehr gut. Ist hier schön vorsichtig. Sehr schön. Ist auch die letzte Person, die übrig ist. Nice. Hat aber auf jeden Fall wieder ein bisschen abgeräumt, ne? Sind wir noch elf. Ach, guck mal, jetzt habe ich den Tracker ganz nicht angemacht. Haha. Verdammt. Muss ich da mal eben nach der Runde per Hand alles hinzufügen. Schrecklich. Oh. Ich habe schon mal keinen Schwein. Danke. Oh. Hat er sich die zurückgeholt? Meiner. Lass das mal. Nee. Lass mich in Ruhe. Ach. Genau. Geh dann die Eiscreme. Die ist näher dran. Was machst du da? Meinst du, ich komme da runter? Hättest du wohl gerne. Haben wir jetzt gerade auch nur fünf oder sechs Schweife, ne? Oh. Okay. 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 Nee, böse Eisgräben. Sehr schön. Oh, was haben wir denn denn jetzt als Finale? Bergspitze. Uh. Ja, schiebt euch einfach alle an mir vorbei. Sehr gut. Oh, ich bin nicht umgefallen. Yes. Ist doch meine, ne? Ja. Nice. Sehr schön. Schon mal schöner Start. Und lass mich doch mal meinen Quatsch eben in den Tracker reinbauen. Schleimkraxler. Ich brauche eine bessere Methode, Spiele da reinzubauen, außer die bei der Datei, die das alles speichern, zum Arbeiten. Tailtec. Das kommt ja hin. Und dann Bergspitze. Voll. Mountain. Wo ist es denn? Ich kann schon mal aus dem Screen aber raus. Und da kommt eine 3 hin. Moment, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, sollte das gleich alles ein hochgehen. Sehr schön. Jetzt passt wieder alles. Passiert manchmal halt mal so Tage, wo man nicht so schön durchkommt. Das wird schon wieder. Oh, guck mal. Da ist schon wieder eine Show voll. Sehr schön. Und jetzt funktioniert auch wieder alles. Ich habe gar keine Krone geboostet. Jetzt habe ich doch auch das. Du bist damit immer noch nicht lustig, die jetzt irgendwelche anderen Sachen zu nennen. Das war das letzte Mal schon nicht lustig. Oh, das könnte doof werden. Gehen wir halt da lang. Das könnte aber auch doof werden, ne? Oh. Steh auf. Auf, über den Boden zu rutschen. Hör auf, mit deinem Gesicht zu laufen. Was soll das denn? Du hast schon mal Maiskolben gesehen, oder? Ich gehe mal schon doof oder auf. Stehen sie wieder alle rum. Ja, weil alles, was der Twitter-Account sagt, auch nicht total Meme-Gedönse ist, nicht wahr? Wenn du mir jetzt mit der Logik ankommst, weil das die da rum-Meme, dann ist auch alles verloren. Leider Zeit Sie sind junks klar. Okay. Oh. Mach mal Touren. It comics. Teller. So, was spielen wir denn als nächstes? Zeig mir irgendwas Schönes. Das ist okay. Das nehme ich. Genau, schiebt mich in die Richtung, in die ich mal möchte. Das ist doch mal zur Abwechslung was. Das ist doch zur Abwechslung mal was Schönes. Dass ich dahin geschoben werde, wo ich eh schon hin will. Mir ist das gerade letztens nochmal eingefallen, Alex, von wegen, wo wir letztens irgendwo mal darüber, oder das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, wo wir letztens mal darüber geredet haben, dass du das schöner findest, wenn man hier bis zum Schleim runterfallen würde. Das ist ja überhaupt kein Schleim, ne? Wir sind ja irgendwo hoch in den Wolken. Das wäre gerade wieder eingefallen, weil mir das irgendwann danach mal aufgefallen ist. Das ist ja gar kein Schleim. Wenn man da unten langen kann, oder nicht? Keine Ahnung. Ich werde es nicht ausprobieren. Ja, aber lang rumfallen ist doch lästig. Willst du doch nicht erst mehrere Sekunden beim Runterfallen zuschauen, bevor du wieder weiter machen darfst? Das ist ja schon okay, dass du nach der Hälfte von so einer Rolle dann responstst. Schaltkreisel auf. Wörter. Plätze da, ich muss durch. Oh, er hat nicht den Knopf gedrückt. Der hat den Knopf gedrückt. Voll gegen die Stange. Weißt du was, dann lauf ich halt. Ja, wenn du schon die Hälfte der Rolle runtergefallen bist, dann kannst du dich ja eh nicht mehr retten, na? Wird das ja sowieso schon schwierig. Wenn du schon mehr als die Hälfte der ganzen Rolle gefallen bist, bist du auf der Hälfte, wo du eh schon nicht mehr stehen kannst, na? Irgendwie hat mir mein Kopf gesagt, wir müssen noch eine Runde laufen. Irgendwie war ich gerade ganz leicht überrascht, dass ich fertig war. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. So, wir machen doch jetzt bestimmt mit irgendwas Interessantem weiter, so wie Hoverboard-Helden, ne? Oder Block-Party. Man kann es dir aber versuchen, einfach irgendein Random-Spiel zu sagen und dann kommt das. Das wäre doch mal wieder was. Ich finde das auch immer noch schön, dass der In-Game-Timer da oben in der Ecke einfach 1,44 bei diesem Spiel auslässt und von 1,45 auf 1,43 runtergeht. Ich weiß nicht, dass der In-Game-Timer da oben ist. Spiel ich mal nicht zu Ende, ne? Spiel ich malen! Spiel ich malen! Spiel ich malen! Habe ich genau gehört, da wird rumgegrabbelt. Und welches Muster? Haben wir das einfache? Okay. Da ist noch eine Person runtergefallen. Armes, kleines, weises Schaf. Da sollen wir zwei verloren? Oder drei? Dünnes Eis mit 18 Leuten, das kann ja jetzt auch was werden. Das kann ja jetzt auch was werden. Musik Das kann ja jetzt nicht mehr. Musik 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 haha also wenn man schon einen runtergrabbeln will dann sollte man das schon früh genug tun das war ja mal gerade so gar nichts von dem, der das bei mir versucht hat ich will mal hier hin hier ist natürlich jetzt nicht mehr so viel oh mein gott, was war das denn ich habe gewonnen, nice ich habe zwar keine ahnung, wie ich mich da an der kante so gehalten habe ohne das ding kaputt zu machen, aber nehme ich sehr gut ist doch schon mal wieder ein guter anfang heute, würde ich sagen kann ich auch mal eben schnell einmal so machen habe ich das auch schon mal da oben wieder alles rausgekauft ich habe gehört, ich mache das jetzt noch dreimal so wir werden sehen und wenn nicht, dann ist auch egal na komm hier, füll auf na geht doch schwindelnde höhen schwindelnde höhen das das hier und ich und ich Oh, okay. Alles gut gegangen. Ich wollte nur einmal auf den Kram rumspringen, bevor ich weitergehe. Hey, ich bin noch hochgekommen und habe mich erstmal einmal rumgerollt. Sehr schön. Das ist ja auch jetzt nicht die einfachste Errungenschaft, ne? Da waren wir noch 44. Haben sie jetzt auch aufgestockt, dass das 44 anstatt 43 sind, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Als es mir schon mal irgendwann aufgefallen ist. Und was haben wir jetzt? Wieder ein Schaltkreislauf. Kamerafahrt ist hier auch immer viel länger als die Musik, nicht wahr? Mit so vielen Leuten ist der Anfang halt schon doof, besonders wenn sowas passiert, ne? Aber hey, da muss ich mich wenigstens nicht selber um die Blöcke kümmern. Schieben die die schon rum. So. Jetzt war ich mal der Böse, der auf den Knopf gedrückt hat. Aber gut, dass der da schon draufgefallen ist. Dann musste ich das wenigstens nicht mehr. Bin ich wenigstens nicht zurückgeflogen. Hier drehen wir noch eine Runde. Mir war gerade danach. Vielleicht nicht da drauf fallen, ne? Fast nicht über die Wand rübergekommen, weil ich die Schwerkraftfelder gewechselt habe. Ach, das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Ist ja, wenn man sowas viel spielt, dann kriegt man sich aber sowas ja auch unterbewusst einfach ein. Dadurch, dass man es einfach immer und immer wieder wiederholt, ne? Dadurch, dass man sowas ja auch immer wiederholt, ne? Dadurch, dass man sowas ja auch immer wiederholt. Dadurch, dass man sowas ja auch immer wiederholt. Dadurch, dass man sowas ja auch immer wiederholt. so was haben wir hier die frost spitze ich mache immer noch sachen auf den ladebildschirm mit meinem controller aber nur mit den analog sticks die machen wenigstens nicht nichts böses wie mich aus der runde rauszuhauen na das war jetzt uncool ich habe gesagt das ist uncool schießt halt zweimal auf mich ist ja schön ich mich fast bei dem allerersten von den fäusten da einmal runterschlagen lassen weil die leute alle noch ungeplant an der faust vorbeigelaufen sind aber bei der ersten wäre es ja noch nicht zu schlimm zum glück also noch mal alles gut gegangen die wippkanonade das lässt sich doch auch machen einfach nicht unter den sechs leuten seien die rausfliegen da ist schon einer fliegen gegangen sehr gut so 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 wenn das auf der rollbahn nicht rumschaltet ist das schon ganz okay aber wenn die an sich die ganze zeit leicht rumzittert weh weil das spiel ganze zeit nach synchronisiert an die schon anstrengend und dass viele kamera bewegen an sich ist eh anstrengend aber an sich ist das schon okay sehr schön haben wir es überlebt vier sekunden mehr und es hätte mindestens eine person mehr überlebt aber naja das ist ja nicht mein problem weggehext na mal schauen na mal schauen ob das meine dritte krone wird oder nicht hey mark schönen guten abend die man ihm wenigstens ein feld mehr weg und dann nehme ich halt eine ganze ebene weg oder fall noch eine weiter runter jetzt wird dieses direkt zwei ebenen runtergefallen na 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 böser peabody überraschung da komme ich nicht rüber na nein ich bin ich gesprungen er wollte nicht mehr springen da war die plattform zu schnell weg schade aber da wo ich gewesen bin hätte ich auch nicht bleiben können weil er noch ein anderer war na ja knapp knapp als ich den sprung überhaupt erstmal noch so geschafft habe aber da war das aufstehen leider nicht schnell genug kann man nichts machen dann einfach ab in die nächste show und dann machen wir da weiter aber das ist okay aber das ist okay aber das ist okay da ist schon mal jemand wieder gegangen oder raus geflogen schon bevor es richtig los ging aber das ist okay ich bin da ist ja und ich bin das ist ja Was war das denn für ein komischer kleiner Sprung? Weiß ich nicht. Oh, ich wollte sagen, hoch kommt er da aber nicht mehr, ne? Wäre schwierig geworden. Der auch einfach voll darüber geflogen ist, ne? Am Regenbogen Katze. Ja, komm. Okay, ich wollte sagen, ihr drei schafft das noch, aber da waren schon noch drei weiter vorne, die ich von hier aus nicht gesehen habe. Also dann doch nicht. Das nächste Rennen geht auch. Was haben wir da? Nur die Hämmer auf dem Weg nach oben sind. Anders, nicht wahr? Bei den Pendeln habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Es sind aber auch so viele, dass es normal ist, ne? Hey, Dönbosch. Schönen guten Abend. Nicht hier angrabbeln. Ich habe das gemerkt. Ich bin irgendwie leicht langsamer geworden. Nicht nur durch die Tür. Oh, nein. Falsche Richtung. Oh, nein. Oh. Nach oben. Fast. Komm schon. Oh. Hilfe. Okay. Ich gebe die meisten immer aus. Außer jetzt vielleicht für die ganzen Unterteile, die mir noch fehlen. Die kaufe ich mir dann nur weg. Wenn ich mehr als genug Kodos dann immer noch übrig habe für, falls in dem oberen Shop wieder was Neues auftaucht. Mit dem Zwinker 2D darauf zu reagieren, ist auch irgendwie weird. Das ist eine sehr seltsame Reaktion. Und wenn wir den Schaltkreislauf sehr schön bekommen, wir den jetzt ein paar Mal, wenn wir den schon im Squad Mode nie haben können, ne? Weil der da noch nicht vorhanden ist. Jetzt bin ich auch mal so böse. Na, irgendwann könnte ich mir vorstellen, dass wir schon das machen, dass alle Shows dann auch wieder dabei sind, ne? Bis jetzt seitdem gibt es ja nur, äh, Schleimkraxler dazugekommen. Zu den Shows, die halt sowieso schon da waren, ne? Oh. Keine Ahnung, warum ich da noch so hochgesprungen bin. Oh. Der entspannte Streams, das kann ich ja doch ganz gut, ne? Das geht hier ja doch immer ganz gut. Warum Ragen ist hier ja eigentlich nicht höchstens mal das Spiel anmeckern, wenn es wieder doof ist, aber ansonsten. Bei mir gibt es kein Ah, bei mir gibt es nur Mimimi. Wenn überhaupt. Pinguin-Patrouille. Na, mal schauen. Wie groß sind die Teams gerade? 2, 7. Na, mal schauen. Nein, lass das. Fall doch nicht runter. Der ist nicht dahin geflogen, wo ich gedacht hab, dass der hinfliegt. Gott, der ist wirklich bis dahin geflogen. Damn. Nein, geht weg. Ich kann zwar nicht drei auf einmal festhalten, aber das geht schon. Unser roter Panda Messenger hat schon einen guten Job gemacht. Oh. 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 Das ist ja auch einfach reizendes Chaos, ne? Schrecklich. Lauf doch nicht an mir vorbei. Ist ja wohl nicht wahr. Genau, haltet euch gegenseitig fest. Na, das sieht doch sehr schön aus. Habe ich ihn am Ende einfach nochmal ganz kurz angegrabbelt, weil ich es kann. So, dann jetzt mit 14 Leuten im Finale oder machen wir jetzt noch was anderes? Na, zeig mal her. Und es ist dünnes Eis. Machen wir auch. Vielleicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich mache hier erstmal wieder meine Runden, nicht wahr? Ich glaube, ich möchte noch da rüber. Vielleicht wollte ich es doch nicht. Ich bin an ihm abgeprallt und deswegen bin ich nicht nochmal gesprungen. Ach, was ein Dreck. Das hätte ich definitiv noch einen Sprung da rausholen können. Ach, so ein Unsinn. So ein Quatsch. Ist ja wohl nicht wahr. Hätte ich den Sprung noch hinbekommen, dann wäre ich als zweites runtergefallen. Und da ja sonst niemand mehr da war, hätte ich dann gewonnen. Ach ja. Kann man nichts machen, da. Dann nochmal von vorne. Ein bisschen ärgerlich war das jetzt schon, dass da halt ein Sprung den Unterschied gemacht hat. Okay. Fuck. Das war's für heute. Oh, da hast du mich noch erwischt. Gehe ich halt hier lang. Auch sehr gut dagegen gelaufen. Und dann wurde ich am Ende einfach nach vorne geschoben. Sehr gut. Das dann doch gerne öfter. Das dann doch gerne öfter. Ja. Jetzt braucht das Spiel erst wieder einen Moment länger, sehe ich. Na komm. Welches Spiel? Der Rollweg. Der Rollweg. Hier. Das reinladen dauert auch einen Moment länger. Schon erst die Runde aussuchen. Hat schon lange genug gedauert. Da fliegen erst mal wieder irgendwelche Leute noch irgendwie rum. Wenn auch einfach rumgeschossen. Das war ja schon fast ein bisschen zu knapp. Aber nur fast. Ist ja noch alles gut gegangen. Das lief doch ganz gut, würde ich sagen. Fluffy Mini Disco ist natürlich auch ein schöner Name. Hat er da in dem Feed gesehen. Ich glaub. Brave Sneaking Bike. Ich glaube, ich habe noch nie einen Namen mit Bike gesehen. Am Ende. Könnte ich mich gerade nicht daran erinnern. Oho. Na, sind wir hier auch fertig. Sehr schön. So, Runde 3. Eiergerangel. Na, mal schauen, was das wird. Ob das gut oder schlecht für mein Team wird. Da ist ein riesiges goldenes Ei. Sehr gut. Ich wollte gerade erst schon sagen, warum sind da so wenige Eier. Ne, da ist einfach nur wieder mal... Haben wir das mal wieder? Darf ich mein normales Ei aufheben? Nein? Okay, dann halt nicht. Lass mich doch mal Ei angrabbeln. Ah! Hey, nein, das ist meins. Geh weg. Das ist ein furchtbarer Anfang für mich. Da ist ein freien, oder? Also, warst du mir? Oh, gut. Nicht mehr. Scheiße. Ich mach die Runde. Nicht mehr. Ich mach die Runde. Immer. Ein Eis an einem anderen abgeprallt, was hier reingeflogen kam. Hm, das sieht noch nicht so gut aus, ne? Was ist denn hier los? Komm, lass mich doch raus damit, hör da auf. Na, ist halt auch egal. Bei uns war dann eh nix mehr. Aber das war ja wieder Chaos. Na ja. Passiert. Eiergerangel halt, ne? Mit 10er-Teams ist das doch schon immer ein ganz schönes Grangel. Deswegen passt der da ja schon ganz gut, ne? Und das ging jetzt flott. Warum denn nicht immer so? Ja. 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 warum bin ich auch in die mitte gegangen okay noch doch noch alles gut oder ist es nicht gut jetzt kann gut dass zu mir keiner mehr hingesprungen der in die wippe mit runtergekippt hat dann schauen wir uns das chaos mal von den zuschauerplätzen aus an da das kippt ja das wird hier das wurde erstmal nichts für unser zebra aber noch ist nichts verloren er geht wieder nach rechts hoffentlich wartet er lange genug das wird gut für das zebra und das ist auf der zielgeraden und es läuft auch einfach direkt durch sehr schön für dich wird das denn doch schon ein bisschen zu knapp da sind definitiv drei leute vor dir außer die sind jetzt wieder doof aber sieht nicht so aus ist noch ein anderes zebra auch noch ins ziel gekommen sehr schön so was spielen wir denn als nächstes skiflug das hätte ich auch immer noch gerne im squad mode das spiel mag ich ja doch auch immer noch einmal und zweimal ich bin wieder ganz langweilig und ignoriere den ganzen kram in der mitte und jetzt sehr schön war ich sogar erster dieses mal ratatata 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 nun ja haben wir es auch geschafft das spiel wird an sich halt auch super für ein squad mod gehen wäre dann halt wie reifenspringer halt nur mit n teams anstatt mit drei das problem ist halt momentan ist es einfach nur wie ein race game anstatt dass es halt so die punkte zählen würde das kannst du ja nicht einfach wahrscheinlich so reinpacken sondern braucht dann auch noch ein update hey hoverboard held haben wir ja auch noch nicht so oft gesehen da ich ja noch nicht so viele solo runden gespielt habe on stream ist schon eine nach vorne runter gefallen es kommt davon wenn man rumalbert entspannt rungs 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 ... hoch jetzt will ich aber langsam mal nach vorne na das war unklug das war unklug irgendwie bin ich da nicht so gelaufen wie ich eigentlich geplant habe und sie bleibt das spiel für mich halt aber doch voll grausam einmal von vier erst durchgekauft eigentlich weiß ich wie das funktioniert aber das war jetzt gerade grausam wieder habe ich mir da sehr viel unsinn gemacht auch dann schön zwischen die beiden flipper gefallener so wie sich das gehört haben wir den ritter parkour diesmal als erstes das nehmen wir auch wieder nach wieder mit hämmern dass ich golf spielen kann an der einen stelle und anstatt dann weiter zu kommen dass ich immer wieder einloche wie wäre es nee da sind schon mal diese drehscheiben da sind zwar auch hämmer aber auch noch diese schreiben mit den lücken drin dann wird das eh nichts lagweilig so kann ich nicht arbeiten ok ok hat funktioniert das war definitiv nicht so geplant aber hat funktioniert nehm ich eigentlich wollte ich nur rüberspringen aber dann lassen wir uns halt auch nach vorne schlagen das war das war das war Oh, okay. Oh. Gut, dass mir das halt nicht so passiert ist, ne? Oder allgemein halt runter. Na guck mal, da sind die letzten beiden, die ins Ziel dürfen. Du leider nicht mehr. Der Name von dem war eh furchtbar. Amazing Yeated Yeater. Nee. Das ist ja grausam. Na komm. Oh, wieder Länge. Na? Perfektes Paar. Na, mal schauen. Da ist ein Pinguin. Da ist ja gut. Oh. Ist der eine gerade einfach runtergesprungen bei mir? Hier hin. Hey, 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 hey. Nicht runterschieben. Und da sind wir da zwei fliegen gegangen. Sehr gut. Okay. Haben wir das auch. Und da ist noch mal einer gefallen. Oh. Also keine große Gruppe irgendwie falsch gestanden dieses Mal. Kann man nichts machen, ne? Machen wir weiter. Team abschweigen. Hey, das ist ja. Solange er nicht irgendwie diese Drehstange ist, fliegen ein perfektes Paar ja doch selten viele Leute raus, ne? Lässt mich los. Ich hab noch gar keinen Schweif. Aber von euch komme ich doch bestimmt gerne rein, ne? Meint wohl, ihr könnt den Schweif in dem anderen verstecken? Ja, tut mal so, als ob da zwei ohne rumstehen. So, ja wohl nicht. Habe ich noch gesehen, dass das nicht so war. Oh. Gehe ich halt doch runter. Nee, das ist meiner. Kusch. Das Ende auf dem Kopf gehabt. Okay, du hattest einen Schweif. Verdammt. Hätte ich oben bleiben können. Langsam ein paar mehr Schweifen für mein Team wäre schön. Und nicht nur, dass ich der Einzige bin. Okay, jetzt haben wir wieder wenigstens schon mal einen mehr. Zwei mehr. Einen weniger. Lass das. Und ich bin raus. Schade. Dann nochmal von vorne. Jetzt habe ich eben am Anfang meine zwei Kronen bekommen. Jetzt bekomme ich keine mehr. Pass auf. Oh. Jetzt sind wir schon wieder voll. Also. Deshalb. Die Kirchefrainingen. Also. 제가 protesters, wo der da das может Ned locks. Wim da das Morrison. Die Kirchefraining habeatosoluドン. Die Kirchefrainingen. Ich hatte eine dritte olabilir. Noch ein bisschen früh gedreht, aber passt noch. Lass mich durch. Ich war fast zuerst da. Hey, immer noch Zehnter oder so. 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 Oh? Naa? 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 Skiflug Nimm ich Jetzt noch wieder Zeit habe ich gelassen, aber nimm ich Dann holen wir uns da mal schnell wieder die 15 Punkte, ne? Oder ich hole mir auch schon so einen Punkt vorher Wir waren anscheinend danach durch so einen Ring durchzuspringen Dann gehe ich halt hier lang So Schrecklich Mach dir den doch Ich glaube die Person, die wir gerade zuschauen, die hat das noch nicht so oft gemacht, ne? Und jetzt ist sie leider raus Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Blockparty, gerne. Da ist noch ein Scream hinter mir. Sehr gut. Oh, da hat aber jemand nicht aufgepasst. Jetzt ist die Eiscreme weg. Einfach nicht ausgewichen. Passiert. 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 Oh, ich wollte da nicht draufstehen. Und was bekommen wir als Ende? Binde das ganz einfache Muster. Da ist einer zu früh nach vorne runter gesprungen, sehr schön. Haha, man sollte schon auf den Timer achten. Verdient. Finde ich gut. Ne, bin ich gar nicht Schadenfrau, überhaupt nicht. Drei Stangen und Fruchtkanonen hier bei dem Sprungclub. Na, dann zeig doch mal hier. Bis zum nächsten Mal, y'all. Und dann sind wir auch schon fertig. Geht ja mit drei Strangen und Kanonen immer doch recht schnell, na? Und dann haben wir wieder ein dünnes Eis. Heute noch gar keine Sprungprobe, geht mal gar nicht. Hey Cat, schönen guten Abend. Und... ... Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich würde schon sagen, ja. Ist zumindest auch, glaube ich, das Finale, was ich auch am meisten gewinne. Das hilft dabei wahrscheinlich auch noch. Aber auch und ich mag das Finale. Oh. Zwei hast du verpasst. Oh, Laster ist. Meine allerersten zwei Runden heute waren Siege und dann noch keine wieder. Einer von denen will rumgerabbeln, ja. Geht ja mal gar nicht. Lass das. Genau, geh weg von mir. Ich weiß noch nicht, ob ich hier bleiben will oder nicht. Jetzt will ich definitiv weiter. Oh Gott. Ach, verdammt. Verdammt. Ja, ich mag es auch. Habe ich gestern geschickt bekommen. Ist aus einem der Kostüm-DLCs. wurde mir gestern netterweise geschickt. In dem Paket sind ja wie in den allen anderen auch noch zwei andere mit dabei. Aber mir war jetzt erstmal nach dem invertierten Gato-Roboto-Kostüm. Oh, die Tür war fest. Darf ich auch durch? Oh, dann gehe ich halt durch die. Hilfe. Ich werde rumgeschoben. Oh. Ich werde in die Luft geworfen. Hilfe. Mehr Hilfe. Aber gut. Vierter. Sagt zwischendurch nicht so aus, aber sehr gut. Da hoffe ich doch mal, dass es dass das Ausprobieren gut gelaufen ist. So, als nächstes haben wir Na. Auch schon wieder lange. Da haben wir es endlich. Hexenwerk. Okay, ich bin schon mal keiner von denen, die anfangen. Lass mich mal hier rumstehen. Oh. Ich habe noch keinen übersehen, der an mir vorbeigelaufen ist. Ne? Ne. Oh Gott. Springen wir einfach mal über die drüber. Na, das braucht wahrscheinlich schon so ein bisschen rum experimentieren, nicht wahr? Oh. Oh. Hilfe. Da wollte ich nicht hin. Mehr Hilfe. Oh, ich springe doch nicht gegen mich. Oh. Nice. Haben wir das auch geschafft und dann erstmal 20 Leute weg. Oder 21. Ne, 19. Weil der Zähler einfach nicht. Hä? Ne, dann muss einer von meinem Team disconnected sein, ne? Wenn wir 40 waren und dann nur noch 19, dann ist auch einer von meinem Team weg. Nicht mein Problem. Sehr gut. Wofür sind dann überhaupt Regler dran und nicht einfach an-aus? Oh, guck mal, sind schon vier Leute rausgeflogen. Das ging ja schnell. Fünf, sechs. Hier Speedrun, oder wie sehe ich das? Und sieben. 22 Sekunden, sehr gut. Das ging mal schnell. Einfach jede drei Sekunden ungefähr eine Person raus. Kann man mal machen. Haben wir eine Frostspitze. Die sollte ich ja in der Regel auch hinbekommen. Auch mit wenig Leuten. Ich weiß. War jetzt auch nicht so ernst. Guck mal, der hat das Unterteil von der goldenen Ente, glaube ich. Springen wir doch nochmal an einem vorbei. Vom goldenen Hühnchen? Ich habe keine Ahnung. Von irgendwas goldenen. Also hat die Person auf jeden Fall doch schon mal so ein paar mehr Kronen gewonnen, ne? Oh. Der hat schon aufgegeben und einer von denen kommt nicht mehr weiter. Die Disco-Kugel ist weitergekommen. Da waren wir noch acht. Na dann jetzt aber Finale, ne? Und wir spielen. Und wir spielen. Als Finale. Rollbahn. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Erst wenn das dann dafür so bekannt war, dann wird das halt auch viel dafür benutzt, nicht wahr? Ich mag die Stelle hier noch nicht. Nee, geh doch mal nicht hin. Wie ich einfach wieder geschoben wurde, ne? Obwohl ich da voll gegen gehalten habe. Es ist so lächerlich, mein Fall. Guck dir das an! Was soll das denn? Jetzt mal ehrlich. Was soll der Scheiß? Darf ich auch mal was machen und nicht einfach weggeschoben werden? Was ein Scheiß. Ist ja wohl die wahr. Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Der Weg, den ich gerade gehe, der wird auf Dauer auch nicht gut gehen, wenn der Schleim sehr weit oben ist. Weil dieser Weg, den ich jetzt gerade gemacht habe, an der Wand vorbei, ist ja dann doch ein bisschen knapp. Da ist noch jemand gefallen. Scary Little Yeti. Sehr gut. Ich werde schon wieder einfach rumgeschoben. Oh Gott. Darf ich nicht auch mal der Stein sein und nicht die Luft? Das wäre voll cool. Das ist zwar knapp. Okay, das geht hier doch immer noch sehr gut. Lass das mal. Also eigentlich wollte ich ja springen, aber irgendwie bin ich nicht gesprungen. Mist. Mist. Da bin ich einfach runtergelaufen, weil ich nicht gesprungen bin. Mist. 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 Ich will einfach nach den ersten beiden gewonnenen Runden will das wirklich einfach nicht mehr nach. Ja, zwei von neun Runden bis jetzt, das geht ja auch immer noch. Dann bin ich immer noch so in meinem Schnitt drin. Von wegen, wie oft ich im Verhältnis gewinne, ne? Müssen wir jetzt immer noch knapp über 1 zu 6 sein. Oder einer aus 6 Shows. Ein bisschen besser als das. Also passt das ja alles. Alles im, alles im Normalbereich. Oh. sehr schön und ich mich gerade noch mal auf dem zweiten halten noch sehr ich fast wieder runter gerutscht ich kann mich gerade so noch halten ansonsten wäre ich runter gerutscht so ist richtig Nussknacker Kostüm sehr schön du meinst du hast deinen charakter so umgeskillt dass er so war wie aus der letzten league oder wie habe ich das zu verstehen bin mir noch nicht hundertprozentig sicher was du meinst stehen sie hier wieder doof rum wo gehst du denn hin wenn du jetzt nicht ins ziel kommen würdest das wäre sehr lustig ok springt wieder runter was war das denn jetzt was machen die leute hier dann manchmal für unsinn aber jetzt kommt er doch sogar noch wieder hoch ok das wäre es jetzt gewesen ok das war jetzt dumm er sieht schon dass der ein timer war der jetzt abgelaufen ist na was war ich muss die leute manchmal nicht verstehen warum hast du den denn dann nicht einfach direkt so gemacht wie vorher halt gewartet bis du das item hattest anstatt ersten charakter damit so lange zu spielen bis du ein bestimmtes item hattest wieder von vorne anzufangen da ist ein hammer und da ist die musik weg keine musik mehr für uns für die wippen nur vorgeist geräusche der sprung war ein bisschen sehr früh von mir noch ich habe ich weiß nicht was ich mir da jetzt gerade bei gedacht habe nicht viel auf jeden fall so viel steht fest das habe ich auch anders erwartet soo soo sehr gut alles gut gegangen immer noch weit vorne mit dabei na jetzt hat der eine den anderen ins ziel geschoben sehr gut du musst das nur weiter durchziehen dann klappt das schon irgendwann da bin ich mir sicher klatsch 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 das ist backe backe kuchen emote nicht wahr hey jetzt haben wir gleich endlich wieder musik so was spielen wir denn jetzt als nächstes als nächstes haben wir die reifenlegenden na mal schauen mit 30 leuten sollte das ja doch gehen das ist ja auch langweilig einfach nach geister sie das mal zu machen nee ist ja jedem selbst überlassen nicht wahr für mich wäre es definitiv nichts weißt du was nehme ich den na dann halt eben nicht willkommen zurück alex oh kannst du mich mal nicht festhalten du drecksack dann nehme ich halt den meh dämlichen grabbler da war ich wieder luft da nehme ich halt nicht den da war dann doch schon weg warte hab ich sehr gut getimed ja ja oh komm schon ich wollte nicht mal zu dem goldenen ring hin ich wollte dann nur lang springen ich will doch nur noch einen ring haben man gib mir jetzt den doch aber bei path of extra kann ich auf jeden fall verstehen warum man da nach guides geht aber wie gesagt für mich ist es halt ich will halt am liebsten einfach die ganze zeit rum experimentieren können es wird ja doch schwierig hier noch irgendwer mit mehr punkten der hier na komm von denen holst du aber die oh sagen von denen holst du aber definitiv einen ring na sehr schön und da sind wir fertig eben das meine ich halt ne also kann ich sehr so gesehen nicht einfach so viel rum experimentieren wenn ich will wenn das was ich dann rum experimentiere ich nicht mit dem selben charakter einfach leicht rückgängig machen kann und wieder einfach alles umskillen kann und so da ist ja doch ein bisschen schwierig das wäre das von dem was ich gesehen heute da ist eine batterie fliegen gegangen ne das ist ja doch eher uncool dann geh ich doch mal wieder runter meine ich hab gesagt meine was für ne muster läufst du denn hier rum mach das doch effizient sollte glaube ich gerade nicht hier oben mit dabei sein der macht das schon ja die bekommst du ja auch nicht so hinterher geworfen ne 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 ich hab mir meine batterie runtergefallen es ist immer noch meine hey ich hab gesagt es ist immer noch meine okay dann nimm die halt nicht dann geh einfach weg Also ganz damals, als ich das ausprobiert habe, habe ich das aber nirgendwo gesehen, dass das ging. Und selbst wenn, müsste ich mir dauernd neue Sachen kaufen. Einfach ist ja dann auch noch was anderes. Ich bin halt faul, ich will das einfacher machen. Ich weiß, ich bin furchtbar. So, komm hier, jetzt eine Krone für mich mal wieder. So, komm hier, jetzt eine Krone für mich mal wieder. Ich schneide den Weg mal ein bisschen ab, ne? Hallo, Becky, schönen guten Abend. Das hier ist mal alles meins, ne? Hilft mir hier unter mir zwar jetzt noch nicht viel, aber das hier oben war schon mal alles meins. Was machst du denn für den Unsinn? Oh. Hätte da einfach weitermachen können, ne? Wo er gewesen ist. Hm? Ich glaube, ich habe mehr, ne? Einfach nicht hinschauen, einfach weitermachen. Nicht ablenken lassen. Na, das ist locker. Der springt viel zu schnell rum. Sehr schön. Nice. Eine mache ich noch vor der Pause, würde ich sagen. Eine Show machen wir noch vor der Pause und danach... Ja, danach ist dann erst eine Pause. Äh, das war jetzt die dritte. Aus... Neun Shows. Die allerersten beiden Shows waren eine Krone und dann jetzt die gerade. Ich musste erst mal noch... Ne. Drei aus zehn, meine ich. Ich habe nur noch nicht auf den Knopf gedrückt, dass die Show auch gezählt war. Sehr gut. Wir warten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Fangen wir mit den Wippen an. Das erste Muster ist ja für meine Spawnposition ja schon mal nicht die beste. So weit mittig gespawnt, wenn ich gar nicht in der Mitte lang kann. Verdammt. Ich bin nicht so geflogen, wie ich das eigentlich wollte. Na, jetzt ist es hier einfacher. Oh, wir haben hier auch das, dass das in der Mitte überhaupt nichts ist und wir alle außenrum müssen. Oh Gott. Oh. Okay. Ja, Spawn mich in der Mitte. Okay, jetzt geht es gerade doch mal. Ich wollte mich schon beschweren. Da ist jemand nett und wirkt die Wippe zurück. Sogar beide. Wow. Die gehören bestimmt zusammen, ne? Gerade auch mit dem gleichen Kostüm. Ich wäre fast noch runtergefallen. Das war ja mal voll nett von den beiden. Komm schon. Äh. Okay. So ein bisschen, ne? Nur, dass das hier natürlich viel einfacher ist, weil das ist halt einfach da. Und es bringt halt überhaupt nichts. Ja. Ich hab das auch nicht mehr erwartet, dass der Sprung noch so funktioniert. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich weiß nicht mehr. Ja. Was dürfen wir denn als nächstes spielen? Hättest du eben da sein müssen, da hat das auch einmal nicht geklappt. Bin ich auch mit einem, da bin ich zwar aber auf einen ganz kleinen Ticken früher runtergefallen. Schon auch in meiner Sicht. Weil ich nicht mehr springen konnte, weil ich an dem abgeprallt bin. Bin ich einfach gefallen. Fand ich auch nicht so nett. Denk ich mir so, wenn der Sprung jetzt mal durchgegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich doch der Sieger gewesen, aber nein. Ich durfte ja nicht. Geh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist er das? Ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche erstmal einen Moment, damit ich überhaupt wusste, was du sagen möchtest. Das klingt ja immer noch nicht schlecht. Ja, ich war doch Top 50 dann, auch wenn ich ja schon Ewigkeit nicht mehr gerannt habe. Kann man mal machen. Weil er meint wahrscheinlich, ich gehe davon aus, er meint Crash 1. Ah, dann halt natürlich Insane Trilogy. Eine Bananenrunde. Habe ich ja, wenn... Ich würde sagen, ich habe auch noch niemanden das Spiel mit nur C1 abkürzend sehen. Deswegen brauche ich auch einen Moment länger, bis ich gemerkt habe, was du überhaupt meinst. Hier einfach wieder durchgerannt. Sehr schön. qual ich in Diamant finance imиф haven. Also Avi, wo ich oben bin... Runde 4 Wippkanonade Wenn ich das höchstens abgekürzt sehe, dann halt mit CB1 oder so, ne? Naja, natürlich in meinem Fall dann noch NST dazu, weil Ist ja Insane-Trilogy, nicht wahr? Besonders Out-of-Context hilft das B dazu, doch noch um einige. Oh! Das sollte dir auch leid tun, wie kannst du nur... Oh, Hilfe! Geh weg, Mutter! Ne, bleib mal nicht hier liegen, ich hab Angst, okay. Das ist richtig, da auf den Discords davon, da geht das dann schon, aber so außerhalb mit mal einfach, kann da doch schwierig sein. Du bist auch ganz brav, ja, dann lasse ich das nochmal durchgehen, na. Dann lasse ich das nochmal durchgehen. Nächstes Mal gibt's auf die Finger. Sprungprobe. Passt auf, wie ich das jetzt hier... wieder... faile, weil ich irgendeinen Unsinn mache. 15 Leuten. Mal schauen, was passiert, da. Das ist ja nicht mein Problem dann. Genau, du gibst sie dem Chat. Oh Gott. Ich möchte hier nicht mit... zwölf anderen Leuten stehen. Muss ich auch nicht, weil ich doof bin. Sehr gut. Muss ich auch nicht. Weil ich schon rausgeflogen bin. Wups. Wups. Jo. Dann würde ich sagen, ist jetzt die Zeit für eine Pause gekommen, nicht wahr? Habe ich gehört. Und danach... Kann denn auch mitgespielt werden, wer denn möchte. Da bin ich ja jetzt auch offen dafür. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen, aber... Mir ist es schon wieder entfallen. Ich wollte was sagen und dann war es wieder weg, nachdem ich mit dem anderen Satz fertig war. Ich glaube, heute wäre mir nach Gruppenoutfit irgendwie einfach danach obenrum gar nichts anzuhaben mit einer einfachen Farbe und untenrum. Egal was. Wie klingt das? Dann dir bis später, Kat. Aber weil ich das später doch mal sieht. Also halt so irgendwie und dann... Welche Farbe könnte man denn mal heute nehmen? Zumindest will mir da heute noch. Äh... Einfach mal in Weiß? Warum eigentlich nicht? Wie wär's? Den Rest suche ich mir in der Pause aus. Einfach mal was ganz Schlichtes. Und dann untenrum ist dann egal und Gesicht auch. Und dann lade ich euch... Ich lade euch dann auch gleich einfach während der Pause ein, nicht wahr? Aber ja. Dann würde ich sagen... Sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Und dann... Machen wir mal den Squad-Mod unsicher. Also... Bis gleich. So... Da bin ich wieder. Und da sind jetzt drei Bohnen. Sehr gut. Ich finde das immer noch nicht in Ordnung, dass... Nur das eine Gesicht ganz schwarz ist. Meinte ich ja vorhin schon mal. Wo ich jetzt das... Schwarz-Weiße-Gartorobotekostüm in andersrum habe. Da fällt das voll auf, dass die Gesichter nicht... Halt so schwarz sind wie das, was Becky jetzt gerade hat. Voll schlimm. Aber ja, ich bin wieder da. Becky ist auch da in dem Game. Alex auch. Dann machen wir hier den Squad-Mode wieder unsicher, nicht wahr? Und ich habe sogar schon daran gedacht, umzustellen. Haha. Ich habe es mal nicht vergessen. Ich sehe es auch gerade. Ihr habt... Ihr habt ein anderes genommen, was mehr glänzt, ne? Dann... Ich lasse mich gleich einfach mal zu dem danach wechseln. Dass meins auch glänzt. Ich bin noch nicht durch die Poliermaschine gelaufen. Ich wollte gerade sagen, noch einer mehr, damit wir garantiert voll sind. Unser Random ist einfach pink. Sehr schön. Und er läuft. Und gerabbelt. Und deswegen habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ich bin nicht umgefallen. Wow. Oh. Genau, hier haben wir ja wieder keine Musik am Ende. Sehr schön. Jetzt muss unser Random noch ins Ziel. Komm, du schaffst das. Oh, okay. Doch noch drüber. Der wäre eh runtergefallen, ne? Sehr schöne... Position, um eingefroren zu sein. Haben wir Wippen? Ja. Da ist wieder das Muster im zweiten, im dritten Checkpoint. Da hat schon wieder jemand ein Loch reingebaut. Und sie ganz hinten in der Ecke gespawnt, ne? Wunderbar. Dafür ist definitiv aber gut gelaufen, wo wir gespawnt sind, ne? Hätte um einiges schlimmer laufen können. So, dann schauen wir doch mal, wie das hier läuft. Das kann ja doch... Ah, das ist jetzt schon furchtbar. Hahahaha. Ach, jetzt spawne ich hier auch noch in der Mitte. Unser Random ist gegangen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich gehe mal davon aus, dass es unser Random war. Wo ist ne Pappnase? Becky ist im Ziel. Ich gehe jetzt hinterher. Ich glaube, das reicht nicht mehr, ne? Nein. So ein bisschen eher her. Doch. Also, wenn wir es geschafft hätten, unser Random war jetzt auch schon weg. Dann ist... Ja, auch schon fast egal gewesen. Dann einfach in die nächste Show und dann wird er schon. Erstmal hier Squad-mäßig warm spielen, nicht wahr? Wobei für mich persönlich, für mich selber zählt die Ausrede ja nicht so, wie ich den Stream heute angefangen habe, nicht wahr? Na komm. Zeig uns... Ich wollte noch meine Farbe eigentlich ändern, ne? Habe ich bis jetzt gerade wieder vergessen. Ich muss auch... Ich muss auch shiny sein. Na komm, füll auf. Sehr schön. Guck mich nicht so an. Ich bin kein shiny Pokémon. Mich brauchen wir nicht einfangen. Gehe ich mich gleich mal schnell verstecken. Ich bin von Krokodilen halb umzingelt. Hilfe! Ich bin von Krokodilen halb umzingelt. 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 Dann war da Alex auch schon. Unser Random ist da auch schon im Ziel. Chetty Mini Samurai. Sehr gut. Und Becky ist auch schon auf der Zielgeraden. Lief doch wieder. Ganz gut. Zweiter Platz für unseren Squad. Da kann man sich doch nicht beschweren. Die Wursteln immer noch ein paar hinten rum. Oh, und der darf nicht mehr ins Ziel. Und die sind drei Leute, ja. Da einfach eine schöne Linie rausgetrennt, ne? Ganz die vierte Reihe darf nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich muss meinen Titel noch ändern, ne? Weil Solo spielen wir auch gar nicht mehr. Fällt mir gerade mal noch so ein. Wir stehen halt wieder hinten rechts in der Ecke, ne? Was soll das denn? Spielt jetzt hier zwar weniger eine Rolle, aber wir standen immer noch hinten. Und dann mache ich noch voll den Unsinn. Oh Gott. Ich komme da noch durch. Oh, schade doch nicht. Guck, ich wurde zwischen zwei Stangen eingequetscht an der Wand. Im Moment bin ich dann auch nicht zurückgeflogen, ne? Das war aber auch mal gar nicht so gut, ne. Das war auch für uns alle auch wieder ein bisschen unschön. Damn. Weißt du, was ist denn hier? Zweite Runde mag uns nicht. Weißt du, was ist denn hier? Ach. Irgendwann denke ich da noch dran. Und eigentlich, es fühlte sich halt gar nicht so verkehrt an, aber dann war das halt für zu viele andere Leute noch besser als für uns, ne? Oh, okay. Es war ein bisschen sehr früh, aber es ist noch durchgekommen. Sehr schön. Sehr schön. Alle in den Top 15. Da haben wir 212 Punkte. Nice. So müssen wir dann gleich auch die zweite Runde spielen, ne? Okay. Oh Gott, hier hinten ist noch jemand. Anbieten Mini-MVP. Der Name passt ja gerade nicht so gut, ne? Was spielen wir denn jetzt? das kriegen wir jetzt hin das wäre gelacht wenn ich wir starten nicht hinten ganz rechts also wird das jetzt besser ganz eindeutig uns ist einfach der hintere rechte platz verflucht aber es war noch ein bisschen früh da habe ich den alex fallen sehen jetzt seid ihr auch alle drin sehr schön und hey wir sind unter den besten sechs weil bleiben jetzt bestimmt wieder nur sechs übrig nicht wahr sag ich auch noch lügt das spiel immer noch war ja auch immer noch kein update noch hey wir haben es in der zweiten runde vorbeigeschafft jetzt geht es richtig los so Das war's für heute. aufpassen, nicht zu weit innen laufen, sonst werde ich nur wieder runtergeschubst und das wäre sehr doof da ist unser random geflogen aber das ist schon okay sind schon lange genug beim überleben, nicht wahr? sehr gut da waren wir noch vier und es ist kein Team-Abschweifen das ist die VIP-Kanonade es ist ja doch schon seltener geworden dass wir Team-Abschweifen für vier Squads bekommen das war ja am Anfang halt sehr oft aber jetzt haben sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen angepasst, weil da so viel war auch wenn es sich halt immer sehr anbietet für vier Squads, nicht wahr? das ist schlecht das ist noch schlechter oh Hey, wir haben eine runterbekommen. Sehr gut. Das hilft natürlich nicht mehr, aber hey. Gott, der Stern hätte mich aber auch fast erwischt, ne? Oh, hey. War schon mal besser als die ersten beiden Runden, nicht wahr? Er ist doch schon akzeptabler. Hat das Spiel aufgehört, uns in der zweiten Runde zu mobben? Warte halt. Halt. Die ist das. Plastikroben. So. Ja, ich habe gerade noch dran gedacht. Jetzt glänze ich auch. Ich bin das. Ja, ich bin das. So. Bis zum nächsten Mal. Haben wir den Rollweg. Ich hätte es fast wieder falsch gesagt. Ich konnte mich gerade noch davon abhalten. Ich weiß. Ich weiß, dass das mal so war. Und das haben sie dann gefixt. Und jetzt ist das nicht mehr so. Oh, da ist aber ein großes Loch. Ich bin in die Richtung aufgestanden, wo das Loch ist. Das wäre sehr gut. Ach ja. Nee, die haben das einfach gefixt, dass die Server nicht irgendwann aufhören, aufgefüllt zu werden. Das nicht einfach irgendwann aufhört. Das war ja kein Problem davon, wie viele Leute das gespielt hatten. Das war einfach ein Bug bei denen. Das irgendwann nicht mehr voll wurde. Oh. Ich drehe doch mal die Kamera nach vorne. Wie viele Kronen waren was? Das weiß ich doch aus dem Kopf nicht. Ich hab den doch nicht. Genug auf jeden Fall. Irgendwas Vierstelliges. Wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß das auch nicht. Könnte ich nicht mehr da jetzt einfach zu sagen, ich grind dafür jetzt und dann mache ich das. Dafür spiele ich es halt auch echt nicht genug. Das ist auch vielleicht ein bisschen groß jetzt gerade zum Springen. Können wir nicht? Können wir mich nicht seitlich ziehen? Was war das denn? Was war das denn, Alex? Was war das denn, Alex? Hätten wir vielleicht nicht so weit nach vorne laufen sollen. Das war doch so eine große Fläche, wo der hätte stehen können. Da wird sich ja trotzdem immer noch 6. Momentan, ne? Also doch alles gut. Das ist ein Streamer, der auch mal viel Fall Guys gespielt hat und auch relativ gut. Und nicht nur relativ gut, sondern doch auch schon sehr gut mit dabei ist, ne? So, nächste Runde Sprungclub wieder. So, nächste Runde Sprungclub wieder. Diesmal mit einer Stange und Kanonen. Mal aufpassen, dass ich nicht davon weggerollt werde beim Mitlaufen. Lass mich doch weiterlaufen, mein Gott. Habe ich definitiv, wie ich dagegen gehalten habe, weil ich trotzdem einfach weggeflogen bin. Na gut, dass ich nicht so weit innen laufe, wie ich es sonst mal gemacht habe, ne? Das wäre ja schon wieder eine Katastrophe gewesen. Und anscheinend nicht eine Katastrophe. Wir haben schon zwei Plätze gut gemacht, also von daher. Aber trotzdem wäre es doof gewesen. Hey, guck mal, jetzt sind wir sogar auf dem ersten Platz. Nice. Das sollten wir dann auf jeden Fall haben, ne? Sehr gut. Passiert. Manchmal wird man hier halt schon so ein bisschen erwischt, ne? So, mit 4 Squads spielen wir dann jetzt. Schleimkraxler, okay. Hätte ich für 4 Squads jetzt nicht mehr erwartet, aber das kriegen wir auch hin, ne? Und wir haben am Ende noch mehr von den Stangen. Das sollte ja... Das sollte ja was werden. Wir werden sehen. Ich habe Alex gerade schon wieder rausfliegen gesehen, als ich ihm da auf dem gelben Ding rumspringen gesehen habe. So lange. 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 Sehr schön. 16 Punkte sind schon mal unser. So lange. So lange. Sehr schön. Nochmal 10 und 11. Unser Random ist auch gleich da. Da ist erstmal nochmal einer runtergefallen. Oh, ich sehe das gerade. Bei Schleimkrax, da kommen dann echt noch 3 von 4 Teams weiter. Kriegt der nur einen Squad jetzt raus? Wunderbar. Der noch. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass es auch einfach nur 2 von 4 werden, ne? Aber wenn es 3 von 4 sind, dann war es ja noch weniger ein Problem. Nee, die wollen uns zu Rock'n'Roll bringen. Und da haben wir Stangen, die sich hin und her bewegen. Hoffentlich stören die nicht. So sehr. Okay, hier stört... Erstmal stört schon mal nicht. Das sieht auch gut aus. Ja, nice. Jetzt ist da nur schon mal ein Blauer, der stört, aber dann rollen wir einfach drüber, ne? Sehr gut. Ach, gelb verliert hier auch nicht öfter als rot. Das sind beides die äußeren Teams. So, dann Finale. Da ist die Musik wieder abgeschnitten gewesen. Weggehext. Oh, verdammt. Bis zum nächsten Mal. Hey! Oh, sehr schön gemacht, Alex. Sagen wir, besser gewesen, wenn du umgeregt wärst, aber ich kam da ja auch noch rüber. Oh, und ich hab's versauert, natürlich. Wups. Man lasst mich hier mal ein bisschen... Zu dem hin... Sehr gut. Oh Gott, da ist Becky, verdammt. Sollte wahrscheinlich eher... Nicht so weit runter, oh mein Gott. Hier, unser Random ist weg. Ich bin nicht gesprungen. Genau, Alex hat da noch mehr als genug übrig, würde ich behaupten. Der eine Teil da ist auch abgeschnitten. Sehr schön. Gott sagen, wäre besser, wenn der Weg dahin noch rüber bleibt zu dem Blauen, aber das war ja schon... Hat ja noch locker gepasst, noch. Sehr gut. Du kannst noch mitspielen, ja. Wenn du denn möchtest. Oh. Da. Nachdem ich gesehen hatte, dass Alex noch so schön weit oben alleine ist, hab ich dann einfach angefangen, den anderen die Sachen wegzunehmen. Na, war ja gut, dass du das gemacht hast. Das hat ja funktioniert, ne? Oh. Oh. Jetzt bin ich diesmal nicht der, der nicht das gleiche Weis hat wie die anderen. Jetzt mal, du bist deinem Zickzack hin und her gesprungen. Du hättest halt so ein, wie so eine Art, halt einmal außenrum springen müssen, dass du zurück kannst und dann, dass du unten noch zu dem Blauen, was ich da abgeschnitten hab, noch hättest springen können, ne? Aber das war aus meiner Position wahrscheinlich besser zu sehen, als aus deiner. Du hast ja dann doch nicht immer unbedingt Zeit, dich da umzuschauen und ich kann das ja dann gemütlich tun, nicht wahr? Hattest du? Du hast doch auch geglänzt, oder nicht? Ja, dann glänzt dein Weiß aber noch nicht Weiß genug. Gibt ja doch unterschiedliche Weißtöne, ne? Ja genau, es gibt ja mehrere, die so glänzen, aber... Mir ist der Unterschied auf jeden Fall gerade nicht aufgefallen. Oh. Hä? Was war das jetzt? Ich hör immer noch die Geräusche an der Startlinie, ne? Ach, guck mal, jetzt ist auch... Jetzt glänzt alles. Das war jetzt weird. Ich hör die Geräusche halt immer noch, so ganz leise hinter der Musik, ne? Ach, guck mal, in meinem Dashboard ist da auch der Twitch-Player gecrasht. Im Moment jetzt, sehr gut. Wenn wir nochmal neu laden, dass ich das sehe. Wieder. Hat keine Disconnect-Nachricht oder so. Wir waren einfach wieder am Hauptmenü, ne? Das war ja jetzt mal. Interessant. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ventilator und Hammer am Ende, uh. Da stehen... Was ist denn hier? Jetzt stehen hier überall... What the... Ähm... Ja? Ist das gerade nur bei mir so? Ähm... Mediatonic, ihr solltet euren Kram, den ihr meme-haftig auf Twitter tweetet, nicht... In der... Auf die tatsächlichen Server schieben. Dann ist das alles nur Unsinn. Ihr habt vorhin einen Tweet gesehen. Von wegen sie testen. 4.5. Und da hatten sie auch... Hatten sie voll Mountain einfach... Haufen Leute aufeinander... Ineinander gespawnt. Die haben sich alle in den Start weggeflogen. Und jetzt hatten wir hier so'n Quatsch. Warte, wo ist denn der Tweet, von dem ich rede? Sah so ähnlich aus. Nur... Mir. Ich sollte vielleicht jetzt auch gleich mal rausgehen, ne? Oh, guck mal. Hey, ich bin weiter. Und gleich 2. Das ist, was ich meine. Hm. Ich lasse das jetzt mal lau... Ich lasse das mal laufen, bis ich so rausfliege. Ich bin jetzt interessant, was passiert. Danach starte ich, glaube ich, mal mein Spiel. Aber ich bin jetzt gerade neugierig. Oh, guck mal. Ich bin doch nicht mehr drin. Guck mal, die Anzeige... Guck mal, das ist doch da... Das ist doch Alex sein Name, nicht wahr? Das ist aber nicht Alex sein Kostüm. Und ich bin mit mal im Solo-Mode, nicht wahr? Steht qualifiziert 0 von 39. Das heißt, das ist ja theoretisch schon wieder ne erste Runde, ne? Wenn das ne erste Runde ist... Oh, guck mal, da sind Leute rein ins Ziel. Gleich 4 und 6 und... 11... 12... Hm. Eine Runde lasse ich mal noch durchlaufen. Lassen wir das gleich mal wieder da. Das ist ja gerade albern. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ach, guck mal. Ist immer noch Alex. Das ist alles Alex. Hier, jeder ist Alex. Ich kann auch nur zwischen den richtigen durchwechseln, ne? Jetzt sind wir noch 6 Trupps weiter. Ja, das ist nicht nur ein Clip. Da mache ich einfach ein Highlight draus oder so. Lass mich mal eben aufschreiben, wo das ist. Neue Textdatei. Um 3 Stunden 11 drumherum. Was meine Uptime angeht. Ganz ehrlich. Ich will das, wenn ihr nichts dagegen habt, weil ihr das mit zum Finale durchlaufen lasse. Ich will das schon irgendwie gerade sehen. Guck mal, da ist einer bis nach unten hingekommen. Einer von den Mediatonic Beans. Wenn ich dann auch schon Highlight draus mache, dann muss sich das ja auch lohnen. Sowas hat man ja doch nicht alle Tage, ne? Vielleicht gewinnt Alex. Wie die Bohnen hier neben der Hexe wackeln. Wie eins dieser Spielzeuge, die du anstupst und dir die ganze Zeit rumwackeln, bis sie dann wieder stillstehen, ne? Ja, aber wenn du jeder bist, dann müssen ein paar von dir auch pink sein, ne? Trommelwirbel. Ich glaube, ich mache meinen Tracker auch so lange aus. Das bringt ja eh nix. Naja, irgendein Spiel läuft da ja noch aktiv weiter im Hintergrund, ne? Dadurch qualifizieren sich ja immer noch Leute. Also wird das auch irgendwann fertig sein. Wir sehen die Leute halt nur nicht. Oh Gott, wenn das hier jetzt passiert, ne? Das sieht nicht so aus, als ob da gerade noch welche da sind. Von den Mediatonic Bohnen. Ah, doch, da sind sie. Wee! Ist noch irgendeine oben? Tatsächlich. Ja, die respawnen wahrscheinlich irgendwann. Ja, jetzt stehen die beide auch auf derselben Seite da. Guck mal, manche von denen sind aber weitergefallen, ne? Viele haben einfach... Ne, die fallen immer noch. Sie haben nur aufgeholt und fallen dann irgendwann langsamer, ja? Was ein Quatsch? Ui! Ich kann halt nicht mehr nach oben schauen, weil die zu schnell fallen. Ach nee, das, was da weiter runterfällt, sind die Objekte, ne? Das sind gar keine Fall Guys. Das ist ja der Kram aus den Kanonen. Oh! Da sind immer ein paar verschwunden. Oh Mann! Oh! Ist der Time abgelaufen, aber wir sind immer noch hier. Was ist denn der... Guck mal, wir sind da rum. Und dann mach ich weiter nach oben weg. Ja, wenn es eine Solo-Runde ist, dann macht der Timer ja eh keinen Sinn, ne? Dann gibt der eh keinen Sinn, sondern da müsste ja eine Qualifizierzahl stehen. Aber momentan können wir ja noch warten, ne? Oh, ist auch nur noch... Ich kann zu keinem anderen mehr wechseln. Oh! Haben wir es jetzt geschafft. Oh, jetzt ist der Timer weg. Das da in meinem Tracker noch im Pink steht, ist natürlich auch totaler Quatsch, gerade, ne? Das ist sowieso alles totaler Quatsch. Mal davon abgesehen. Ja, ich glaube... Entweder das, oder es lässt mich jetzt halt wirklich fünf Minuten warten. Oh, da ist ein Timer wieder aufgetaucht. Oh, da ist noch was passiert. Hallo, Herr Braxer. Schönen guten Abend. Ja, hier sehen Sie Unsinn. Ich würde halt gerne nach oben schauen können. Oh, ich kann weiter nach unten schauen. Aber so geht nicht. Fünf Minuten warten ist es auch nicht wert, oder? Ja, wahrscheinlich ist ja schon jetzt Ende. Auch wenn ich neugierig wäre, ob noch was passiert oder nicht. Na, lassen wir's mal. Hey, 30 Kudos. Ich hör das Geräusch immer noch von dem Publikum. Okay, dann lass uns doch mal das Spiel neu starten. Ich glaub, sicher ist sicher. Was? Quatsch? Das war ja mal was. Schön. Das war doch mal lustig. Das war zwar sehr weird, aber es war lustig. Jetzt wird mal so ruhig hier. Da mach ich definitiv ein Highlight raus. Ich benutze meinen anderen YouTube-Kanal, der nicht für das Archiv ist. Ist ja auch so selten. Da hab ich dann auch mal endlich was dafür. Okay, Alex, Becky und Galaxie. So. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder richtig loslegen. Bevor ich wirklich meine normale Aufzeichnung für das Archiv fertig mache, mach ich definitiv das nach dem Stream direkt fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier ist das noch nicht fertig. Du bist da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ach ja, ach ja. Okay, fangen wir mit dem Ritterparcours an, ne? Vielleicht, hoffentlich. Nicht, dass das jetzt nochmal passiert. Ich hab meinen Tracker wieder nicht angemacht. Verdammt. Oh, ich wollte nicht springen. Oh, das war unschlau. Oh, ich dachte mir, links springe ich doch eh fast nicht vorbei wegen der schnellen Axt. Deswegen wollte ich rüber und dann bin ich ins Nichts gesprungen. Sehr schön, da sind wir alle durch. Wurde es von der Axt nach links geschlagen? Du meinst schon eine der anderen, oder? Nicht von der, weil, wenn du dich von der linken nach links schlagen lässt, dann wird ja doch schwierig. Okay. 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 So, dann lasse ich den jetzt wieder anmachen. Dann muss ich gleich nur ein Spiel einfügen. Das ist nicht, was ich aufmachen wollte. Gib mir das richtige Fenster. Tja. Wir stehen wieder hinten rechts. Oh nein. Der verfluchte Platz. Und da ist die Musik wieder weg. Da bin ich noch fast runtergefallen. Aber nur fast. Er ist echt noch hochgekommen. Nee, das war vielleicht auch nicht so schlau. Oh, ich bin doch hochgekommen. Alex hat es da auch noch hochgeschafft. Sehr schön. Sehr schön. Das könnte noch knapp werden mit dem Kippen. Aber ist ja doch alles gut gegangen. Das squad auch wieder schön erster geworden. Sehr schön. Guck mal. Guck mal, wenn wir jetzt auch gleich wieder Musik haben. Schau mal, das haben wir heute noch gar nicht gesehen. Schneeballüberlebenskampf. Ich stehe nicht da, wo ich sonst stehe. Ich wollte gerade sagen, wie kam der Schneeball denn jetzt da angerollt? Ich stand nur nicht so wie sonst. Oh oh. Nee, komm mal nicht auf mich zu. Noch so abgeprallt, dass der noch mehr auf mich zugekommen ist. Okay. Okay. Oh Gott. Okay. Noch scheint alles gut zu sein. Wir sind sogar wieder auf den dritten Hoch. Sehr schön. Okay. Oh ha, ha. Oh, ha, ha. Wonka, go, 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 go. Dieses Mal Team abschweifen oder wieder was anderes? guck mal diesmal wieder diesmal wieder mal passiert ist ja zum glück alles gut gegangen waren andere squads die schon früher leute verloren haben okay ich hab mein schweif noch ich dachte ich hätte meinen verloren weil direkt vor mir das geräusch aufgetaucht ist aber ja gar nicht ich war ich mal kurz verwirrt oh gott du hast kein schweif ich bin von ich bin von seinem kopf abgesprungen sehr gut dem zwei vierer zwei teams mit vier schweifen das natürlich irgendwo cool und gleichzeitig halt durch weil er immer noch weiter geht aber jetzt ist mir dann nicht mehr so haben wir wieder einen verloren aber zum glück anders nicht jetzt hat grün aber doch von den gelben sehr schön aber mit vier schweifen aufgehört grün hatte da echt lange immer keine punkte sehr gut ich hatte meinen auch die ganze zeit auch wenn ich einmal dachte dass das nicht so gewesen haben wir auch pinguin patrouille genau grabbelt mich an ich weiß dass ihr das nicht wollt aber grabbelt mich alle an genau grabbelt wieder mich alle an jetzt grabbelt sich gegenseitig an und ich mach gar nicht ich hatte ihn für eine halbe sekunde oder so komm her nein ach verdammt ach verdammt das geht natürlich auch so lange die die nicht bekommen bekommen sie auch keine punkte da einfach nicht geschafft die pinguin zu krabbeln oh meiner oh das haben wir sehr schön Sehr schön gemacht Das heißt Finale Was spielen wir denn als Finale? Ja, das war ich Ich bin dir da viel hinterhergelaufen Und hab die anderen davon abgehalten Dich anzugrabbeln Basketball Eigentlich wollte ich den werfen Wo ist er denn hin? Du sollst ihn angrabbeln Genau Grappelt euch gegenseitig für den Ball an Wo ist er denn da? Gebt ihn wieder her Aus Wo ist er hin? Ja Da gefällt es abhalten Okay Ich kümmere mich um den Einzelnen Du sollst ihn wie Okay, ich glaub, das wird nix mehr, ne? Außer wir kriegen den jetzt noch. Ich wollte ihn festhalten und nicht an ihm hochspringen. Ja, der reicht aber halt auch nicht, ne? Wir bräuchten noch einen Punkt mehr. Verdammt. Oder jetzt sogar zwei. Schade. Schade. Aber trotzdem voll in Ordnung, ne? Hätte viel schlimmer laufen können. In Ordnung war das auf jeden Fall allemal. Ich könnte mir gerade zwei Kostümunterteile kaufen. Wenn ich das denn wollen würde. Ba dum, ba dum, ba dum. Du, 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 du. Na komm, füll auf. Wir wollen keine 15 Sekunden warten. Okay, da haben wir voll. Da ist der Kreisel. Dann laufen wir mal da durch. Wir stehen wieder hinten rechts. Was ist das denn hier mit dem Platz? Dass wir da so heute hingezogen sind. Ist das die richtige Seite, wo ich langlaufe? Nee. Also zumindest ist es nicht die, wo ich lang möchte. Ansonsten ist ja egal. Okay, ich lebe noch. Oh, das hat nicht mehr gezählt. Das ist ja doof. Dann gehen wir halt jetzt doch hier lang. 42, 40, 39, U29. Sehr schön. Das war nicht gut gesprungen. Hat hier abgewartet, um eine gute Lücke zu bekommen und er weiß doch noch zu früh. Aber jetzt ist er auch trüben. Amazing Relaxing Grabber. Der Name ist schon unsympathisch. Marvelous Confused Tomato. Das ist schon besser. Und... Perfektes Paar. Dann zeig doch mal, was du kannst. Und zeig uns nicht den Bug wieder. Den ich in dieser Season schon zweimal gesehen habe. Okay. Oh? Oh? Äh, ja, ja. Hier wo es so voll ist. Okay, ist eine Linie nach vorne. Oh. Äh, hier, ne? Ja, hier alles in der Ecke. Sehr gut. Oh, sind noch auf den vierten hochgerutscht. Oh, wie das schöne Linie und dann unten die noch weg. Das sieht doch wunderschön aus. Haben wir Ausweichmanöver als nächstes. Dabei kann ich auch gleichzeitig reden. Ich kann nicht reden und mir gleichzeitig Früchte merken. Geht einfach nicht. Das Einzige, was ich dabei reden kann, ist die Reihenfolge, in der ich mir die Früchte merke. Aber das muss ich ja auch nicht die ganze Zeit laut wiederholen. Dann verwirre ich mich wahrscheinlich jedoch selber. Guck mal. Eine Bananenrunde. Schon wieder. Da liegt... Ich wollte gerade sagen, da liegt eine Banane in meinem Weg, aber dann kam die Stange. Liegt schon wieder eine Banane rum. Ja, aber diesmal wurde sie einfach wegtransportiert. Die bewegen sich da halt auch teilweise so rum, die Bananen. Das ist grausam. Und die letzte Person. Und sie darf nicht mehr bis ins Ziel laufen. Wie fies. Na guck mal, wir stehen wieder oben rechts. Ja, ich habe wieder einen guten Schlag von dem Hammer abbekommen. Ich bin einfach nach vorne geflogen. Ich war da nicht mal Erster. Da ist sogar noch einer knapp vor mir ins Ziel gelaufen. Schneeballüberlebenskampf. Mit vier Scouts, wollte ich sagen. Na, er wollte mit Manus da raus. Also, wenn alle überleben, ist unsere Startposition ja doch schon wieder doof, ne? Jetzt brauchen wir es erst recht. Ich bin nicht gespruckt. Aber ich habe springen gedrückt. Das ist jetzt noch mehr egal. Also, 300 Münzen und dann wieder los. Mussten wir jetzt schon wieder was tun, ne? Weil Startposition super toll gewesen ist. Und dann ist wieder alles doof geworden. Musst du? Musst du? Damit wir überhaupt hätten was machen können. Aber so ist das auch nichts geworden. Wasst du? uao. Bis guting. Dann ist das. Aber wenn ich das in deren Bugtracker sehe, sieht das halt so aus, als es zumindest für Season 4.5 dann schon gefickt sein soll. Natürlich ist es jetzt halt immer noch ein Problem, ne? Ja, das war's. Ich darf nicht bei unserem Squad stehen. Oh Gott, ich bin nicht runtergefallen, wow. Ich bin da wirklich in die Lücke gesprungen, sehr gut gemacht. Alex ist gerade erst mal fliegen gegangen, aber ist jetzt auch im Ziel. Und dann sind wir alle drin, sehr schön. Schauen wir doch mal, was die anderen Leute hier noch so machen. In die Löcher fallen. Und dagegen laufen. Dagegen laufen kann ich manchmal auch ganz gut, ne? Jetzt ist er sowieso egal, nicht wahr? Und nochmal ins Loch, sehr schön. Oh, wieder ein paar durchs Gitter durchgerutscht. Weil warum nicht, ne? So, nächste Runde. Rollfels. Jo. Das kriegen wir auch hin, ne? Das ist ein kleines Rollfeld. Das kriegen wir trotzdem hin. Hier stehen wir da hinten rechts, sehr gut. Unser Platz heute. Ich wurde wieder... Darf ich mich selber bewegen? Dankeschön. Da springe ich jetzt aber mal nicht rüber. Gehe ich lieber hier hin. Wie breit ist das da? Ein bisschen breiter. Dann können wir auch da hin. Ich drücke dagegen... Warum? Ich sollte das einfach lassen. Ich werde ja eh immer nur weggeschoben. Hey, wir sind gerade erst da. Uh. 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 . Tram, Tram, Tram. Sehr schön. 360 Punkte. So muss das aussehen. Da waren zwei Dreier-Squads noch. Jetzt nicht mehr. Wenn ich das richtig sehe, ist da immer noch einer. Standen nur sieben in Folge. Ja. Oder ich habe mich nur verguckt. Au. Hey Zylo, danke für den Raid. Und einen wunderschönen guten Abend durch allen von da drüben. Oh. Oh, da hat es irgendwen anders, glaube ich, runtergeschoben. Vielleicht. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade Erster. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Das heißt, aus jedem anderen Squad. Oder zumindest aus dem vor uns ist mindestens eine Person rausgeflogen. Hey, wieder alle überlebt. Nice. Weißt du, was hast du denn gerade Schönes gemacht? Die ganze Zeit Hearthstone oder hast du noch was anderes gemacht? Und wie ist es gelaufen? Finale Dünnes Eis. Na dann mal ab dafür. Ich gehe jetzt mal wieder hier in meine Ecke, ne? So, wie ich das immer mache. Wie ich das immer mache. Wie ich das immer mache. Ich habe keine Ahnung mehr, was M plus heißt. Aber sehr gut, dass es da wenigstens gut gelaufen ist. Das ist ja egal, ne? Da ist jemand bei mir runtergefallen. Die war schon kaputter, als ich gedacht habe. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Yes, sehr schön. Ich hatte jetzt keine Ahnung mehr davon, ob einer von uns überlebt hat oder nicht. Aber nice. Waren jetzt da wirklich am Ende alle irgendwie auf dem Haufen, ne? Irgendwer war noch... Irgendwer war noch woanders und dann... War der Rest alles auf dem Haufen, ne? Sehr schön gemacht. Ich verstehe. Ehrlich, davon habe ich bis bei dir... Bis... Ne? Ich weiß noch nicht, wie ich den Satz rauskriege. Außer bei dir habe ich davon eh noch nie gehört. Silo. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Was hat man denn davon, wenn man die auflevelt? Ich weiß noch nicht. Na komm, füll auf. Lass uns weiter machen. Oh, na, okay, 58. Jetzt kurz noch mal einmal einen nach unten gesprungen, habe ich genau gesehen. Guck mal, da sind Walzen. Süß. Stehen wieder hinten rechts, ne? Was ist denn da los? Ist ja schon fast kein Zufall mehr. Äh, links lang. Oh. Oh, sogar noch dabei aufgestanden wieder, nice. Ha, ich habe noch überholt. Na, guck mal. Sind wir auch wieder alle drin? Sehr schön. Oh, komm, du schaffst das auch noch. Sind noch vier Leute übrig, jetzt noch drei. Schauen wir mal. Das war sehr ungünstig gesprungen. Ha, ha, ha. Schauen wir mal wieder eine erste schöne Runde, ne? Eine schöne erste Runde, so rum. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Das waren mehr als... Das waren aber ein paar mehr, die da jetzt weg waren. Was ist denn jetzt passiert? Huch. Was ist denn das jetzt? Da sollten doch eigentlich zehn übrig bleiben, oder nicht? Das war ja jetzt weird. Da habe ich mich ganz leicht erschrocken, weil ich damit nicht gerecht habe. Geh weg von uns. Cool. Oh, da ist einer von ganz links hier rüber an mir vorbeigeflogen. In den Schleiben. Sehr gut. Ey, nicht krabbeln. Wir halten uns jetzt die ganze Zeit gegenseitig hier fest. Ja, sehr gut. Oh, jetzt hat sie wieder losgelassen. Und dann halte ich halt dich fest. Nein. Lass das. Der Stern war aber nah bei uns, ne? Ist ja schön. Wieder alle durchgekommen. Nice. Ach, da war noch ein Dreier- und ein Zweier-Squad. Wahrscheinlich durch die ganzen Disconnect. Da ist immer noch ein Dreier-Squad. Da ist immer noch ein Dreier-Squad. Zehenspitzen. Ja, mal schauen, was da so wird. Ich merke schon, meine Begeisterung geht direkt runter. Wir stehen wieder hinten rechts. Ach ja. Da war schon mal eigentlich der Weg. Ich hab'n Hammer gefunden. Äh, wahrscheinlich links lang, ne? Nein! Oh. Ja, dann ganz rechts. Hat mein Runterfallen das immerhin gemacht, dass wir weit vorne sind, ne? Sehr gut. Nice. Wenn das so passiert, dann ist das halt voll angenehm, ne? Ja, ja, ja. Und dann sind wir wieder im Finale. Zeig uns was Schönes. Basketfall. Wir haben schon mal zwei Bälle auf unserer Seite. Schauen wir doch mal, was das wird, ne? Meins? Wie ist er denn jetzt noch darüber so weit gelogen? Komm zurück! Ich erwisch dich doch nicht mehr! Ne. Ne. Oh, goldener Ball auf unserem Weg. Oh Gott, der ist nicht gut. Oh, komm schon. Ich hab' dich, ich hab' das doch gehört, dass ich ihn angekrabbelt hab. Gut, dass er ein Sprung, doofer. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh, den hab' ich guter weggerissen. Ich hab' ich guter weggerissen. Hab' ich? Oh, der ist nicht gut. Ach komm, ich hab' ich geh' die doch. Ach, verdammt. Schade. Der Goldene hat uns da rausgehauen. Willkommen zurück, Cat. Schade. Daniel, noch einen schönen Abend, Galaxie. Wieso? Ich mag's immer noch. Mit Vierer-Teams mag ich's doch schon immer noch. Alex muss noch mal auf bereit rücken. So. Ja, ist ja jetzt wieder die Zeit, wo das so ein Problem ist, ne. Ist natürlich nicht schön zu hören. Na komm. Das ist natürlich ganz ungünstig, ne. Da bringt's ja nichts rauszugehen oder drin zu bleiben, je nachdem wie rum. Wenn das auch noch ist. Hier, unser Random bewegt sich auch. Oh, das war zu weit nach rechts gesprungen. Erstens kann man erst mal heil sagen. Zweitens spiele ich nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Und drittens spiele ich auf dem PC, wie auch im Titel steht. aber heil erst mal. Gott, da hast du, da hast du dich aber mit Allergien echt erwischt, ne. Das ist ja, das klingt ja grausam. So viele und dann noch so viele so stark. Ist plus, plus, plus das Höchste oder geht da noch mehr? Ich hab davon keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin nicht mehr mit Allergien. Und dann kriege ich da noch mehr. natürlich auch das noch. Ach, du bist ja echt ein armer Kerl. Das tut mir echt leid zu hören. Oh. Na ja, wenn ich halt nicht Leute, die einfach so in den Stream kommen, mitnehme, die könnten ja auch einfach irgendwo reinkommen, rumzutrollen. Wenn das einfach ein Random ist, den das Spiel uns zuweist, dann kann das halt nicht passieren. Oder die Wahrscheinlichkeit ist dafür auch sehr viel geringer. Und ich bin ja mit, was sowas angeht, sowieso sehr eigen. Also von daher. Oh, das war schön. Nach vorne geflogen. Also solange ich nicht jetzt wirklich mal anfange, fangen würde, hier noch Voice-Chat oder so zu machen, kann ich mit den Leuten ja während der Runde ja auch nicht argumentieren. Sondern nur dazwischen. Nicht argumentieren. Das Wort hast du benutzt, das Interagieren. Das ist für irgendjemand anders da reinreden, will ich damit ja nicht. Sollen andere Streamer so machen, wie sie wollen. Für mich ist es halt nur nichts. Also wenn du das machst oder halt irgendjemand, den ich noch nie gesehen habe oder so, das ist mir ja dann wurscht. Nein. 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 Das geht auch, das kommt halt zwar nicht oft vor, dass ich da bin, besonders jetzt momentan, wo ich ja fast jeden Tag streamen, aber allgemein. So theoretisch geht das schon. Habe ich nicht aufgepasst? Wir sind ja raus. Waren wir wieder siebter? Warte, habe ich einfach gar nicht aufgepasst. Wups. Ah, wir waren siebter, okay, dann habe ich, dann habe ich eine Ausrede. Ja, eben, deswegen, dann habe ich nicht mehr hingeschaut, weil ich mich von was anderem ablenken lasse und mit Marban war doch wieder draußen. Ja, und die Sache, dass ich halt so totale Rames sich mitspielen lasse, ist halt auch, ich finde das auch schon sehr unsympathisch, dass es da nicht immer schafft, Highter vorzuschreiben, wenn sie irgendwo mitmachen wollen, wo sie noch nie gewesen sind. Es ist Voice Chat mäßig, ist bei mir auf dem Server definitiv auch wenig. Und Geschrieben wird, also, ich habe halt auch, genau wie es hier im Stream ist, auch mein Discord ist sehr viel, sehr viel am lurken. Da wird auch sehr viel gelurkt, oder wahrscheinlich nicht mal beachtet, sondern nur irgendwann mal gejoined und dann auch wieder vergessen. Ah, das ist ja vollkommen okay. Mein Stream ist sehr lurkerlastig oft. Hät mich, wäre das eine Überraschung, wenn es auf meinem Discord anders wäre, ne, aber wenn da schon geschrieben wird, ich lese es mindestens und antworte in der Regel auch, wenn ich mich irgendwie mal aus Versehen total verplane zu antworten und am nächsten Tag merke, hey, da war ja doch noch was und ich habe da gar nicht drauf geantwortet. Ja, eh. Das ist Voice ist halt wirklich bei mir auf dem Server eigentlich so gut wie gar nicht, ne. Kommt ja mal vor, wenn wir irgendwie wieder so eine so ein Showcase irgendwie von Sony haben, oder oder E3 oder so ein Quatsch. Da sprechen wir uns ja dann doch manchmal ab. Das war dann uns das zusammen anschauen, aber ansonsten ist ja auch nicht viel. Okay. Oh. Oh. Und da ist einer über uns drüber oder über mich drüber geflogen. Ich habe jemanden fliegen sehen. Okay, links. Haben wir uns den zweiten Platz gesichert? Ja, sehr schön. Ja, das ist auch gerade auch im Discord-Schreiben und so. Das braucht ja dann doch in der Regel weniger Aufmerksamkeit, als dann richtig in einem Voice-Channel zu sein, nicht wahr? Einfach schreiben kann man ja doch nebenher einfacher. Oh. Oh. Wir beißen auf jeden Fall alle nicht. Oder ist schon jemand runtergefallen? Und jetzt muss ich mal eben hier auf das Obst achten. Okay, ich stehe schon auf einer Orange. Ich stehe immer noch auf einer Orange. Ich stehe hier überall auf Orangen. Hier. Okay. Becky und unser Random ist rausgeflogen. Äh, hier. Passiert. Wenn mir auch gerade einmal im zweiten Abschnitt auch direkt am Anfang fast passiert, dass ich nicht über die Stange mehr gesprungen wäre. Das Problem Kettigkeit. Das wirkt hier jetzt im Stream wahrscheinlich auch nicht so, aber außerhalb bin ich doch auch sehr viel ruhiger. Ich bin hier auch schon noch relativ ruhig, ne? Wir haben Ausweichmanöver ohne Hämmer. Das geht ja mal gar nicht. Das heißt, ich muss laufen. Die ganze Strecke. Da ist eine Banane. Okay, ich bin drüber gekommen. Du bist spießig auf Party. Spaßig. Was? Spießig? Ha? Na, immerhin das noch danach. Das könnte ein bisschen sehr knapp werden, ne? Unser Random ist auch noch da ganz hin. Ja, das wird doch sehr, sehr knapp. So. Das ist nicht mehr mehr knapp, ne? Wir sind ja nicht mal auf dem Fünften. Und zwei Punkte werden uns auch nicht zwei Plätze hochschieben, ne? Wenn es zwei Punkte werden, wenn er sich noch überholen lässt. Wäre natürlich eine schöne Überraschung, wenn sich das jetzt doch so ändert. Nein, wird es aber nicht. Ah, das ist, kommt halt immer drauf an, unter welchen. Menschen man ist, wie man sich dann auch verhält, ne? So war das jetzt auch nicht gemein. So war das jetzt auch nicht gemein. Mahan. Ich gehe einfach nach dieser Show, so. Für fünf oder sechs Minuten. Weil dann könnte mal wieder Zeit für eine Pause wären. So. Habt ihr jetzt davon? Mache ich dann gleich Pause? Mäh. Oh oh. Jetzt ist Becky einfach runtergerutscht. Und jetzt wurde ich runtergezogen mit. Ich hätte weiter festhalten sollen. Dann mache ich halt jetzt schon Pause. Ich glaube, Alex allein wird das jetzt nicht mehr rausreißen. Da bin ich mir, glaube ich, sehr sicher. Auch wenn das überlebt wird, hat er alleine schwierig jetzt noch auf den Zehnten hochzukommen. Naja, das liegt ja jetzt nicht an, wir sind sogar noch einen Platz runtergerutscht. Das ist ja, das lag ja jetzt nicht an Alex, sondern dass andere Squads halt ganz rausfliegen und dann hoffentlich nah genug an unseren Punkten sind, aber nie. Sag ich diesmal auch nicht wegen, dass es rumgehoppelt hießt, weil war ja jetzt eh schon egal. Dann mache ich jetzt Pause, so. Dann ging das jetzt doch schneller als gedacht. Sind ja jetzt schon an der Vier-Stunden-Marke wieder vorbei. Ja. Dann gehe ich jetzt weinen. Weil ich das nicht so meinte, wie Becci das gesagt hat. Hat meine Gefühle verlebt. Mi, mi, mi. Nee, ich gehe schon nicht weinen. Aber wir sehen uns dann gleich trotzdem in ein paar Minuten wieder. Können wir wieder uns strecken gehen. Trinken, Snacks, wie auch immer. Was auch immer ihr macht. Das weiß ich ja nicht. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Ich wiederhole mich. Also, bis gleich. Hallo. Da bin ich wieder. Ich habe es zurückgeschafft. Mal schauen, was das denn jetzt so nach der Pause noch gibt. Na. Du warst nie weg. Ach, es geht ja mal gar nicht. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Cat noch da ist oder nicht. Ich habe die Nachricht eben gar nicht beim Pausenwechsel richtig gesehen. Aber wenn du es noch hörst, wenn du jetzt wirklich spazieren gehst, noch mal dann viel Spaß dabei. Ich glaube, Becci ist noch nicht wieder da, aber das ist okay. Es läuft jetzt hier alles nicht weg, ne? Können wir hier... Das könnte ich. Das ist auch schon so lange da. Ich habe ja gerade so viel Kudos übrig. Neue Animationen fürs Podium gekauft, die ich eh nicht benutzen werde. Kann man ja mal machen. Ich habe gerade genug Kudos übrig. Dann geht das schon. Es sieht auch gerade sehr traurig aus, dass Alex da hinten steht und nicht direkt neben mir. Rückt halt einfach nicht auf, ne? Voll üde. Gibt man gar nicht. Ich habe mir jetzt gerade danach ein anderes Unterteil anzuziehen. Ne, das nicht. Einfach nur ein paar Schuhe. Ne, ne. Hier hätte ich wenigstens noch einen Schweif. Guck mal, selbst wenn du kein Oberteil an das Clip, das Kostüm halt einfach dauernd in den Körper rein, ist grausam. Der Pod. Ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Na, wie wär's denn mal damit? Wir hatten kein Gesicht mit roten Augen, ne? War kein dunkles auf jeden Fall, ne. Das wird sonst jetzt noch voll gut dazu passen. Und da ist die Becky wieder. Sehr schön. Hi. Ach guck mal, dafür ging das jetzt schön schnell, ne? Ja, ne. Das könnte gerne öfter so sein. Hätte ich kein Problem mit. Dafür ist der Screen jetzt sehr lange da. Und die Kamera hat keine Lust, uns zu zeigen, was da hinten ist. Unser Among Us Guy ist nicht der Imposter. Sehr gut. Keine bösen Szene. Ah, ich hab mich noch durchgequetscht. Sehr schön. Der Weg nach oben ist doch auch gut gelaufen. Erster. Sehr schön. Unser Random heißt Small Stumbling Muffin. Sehr schön. Da standen zwei noch am Anfang ohne. Einer ist jetzt schon raus. Ist auch der einzige, der noch übrig ist. Gut, dass das Spiel dann wirklich irgendwann sagt, ne, ist jetzt fertig. Hey, guck mal, wir standen, wir standen auf der Map nicht unten rechts, dafür hier. Ja, wir stehen hier unten rechts. Ist das hier jetzt alles Ausgleich dafür, dass wir so schnell in dem Game drin waren, ja? So viel gewartet. Gucken wir erstmal ein Türenlauf mit oder ohne Hammer am Ende. Ohne. Jetzt stehen wir wieder hinten rechts. Was ist das denn heute? Ist das hier jetzt das neue, ich starte in Fall Mountain immer in der hinteren Reihe oder wie sehe ich das? Weil das konnten wir ja auch mal immer ganz gut. Dafür starten wir heute in unserer Squad Lobby sehr oft hinten rechts. Und da bin ich einmal von fast vorne zu fast hinten. Sehr gut. Oh. 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 Hey, aber immer noch zweitbester Squad. Sehr schön. War noch ein Zwei- und Dreier-Squad vorher? Jetzt nicht mehr. Aber ein Dreier ist da immer noch. Ne, zwei Dreier-Squads sogar immer noch. Wow. Ist sogar noch ein Zweier mit dabei? Tatsache. Wahrscheinlich irgendwie anders verteilt, als ich mir das gerade ausdenke. Auf jeden Fall sieht das zumindest aus, dass wir... Dass es schon mal etwas schwerer wird, rauszufliegen, falls einer früh rausfliegt. Besonders, da wir auch noch eine gute Startposition haben. Ah, wird er schon. Gut, dass der Magnet abgelenkt wurde, sonst wäre ich jetzt raus gewesen. Oh Gott. Hilfe, ich werde rumgeschubst. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Hey, lass das. Ist gerade sehr angenehm für uns, ne? Außer, dass ich halt schon mehrmals irgendwie halb rumgeflogen bin, aber trotzdem überlebt habe. Sehr schön. So, dann sind wir noch vier Squats, dann schauen wir doch mal weiter. Was bekommen wir als nächstes? Team abschweifen. Mit Walzen. Ich habe keinen Schweif. Der Alex hat einen Schweif. Aber der Alex ist so weit weg. Nee, geh weg. Du, du, meiner. Okay, du hast einen Schweif. Oh. Eigentlich wollte ich springen. Hilfe, ich hätte von zwei Leuten verfolgt. Oh. Oh, du hast gar keinen Schweif. Oh, ich werde schon wieder von dir irgendwie verfolgen. Lass mich in Ruhe. Oh. Hilfe. Hilfe. Verfolgt mich immer noch, der Gelbe. Oh. Hat mich aber nicht erwischt. Aber es ist immer noch Verlängerung, ne? Fuck. Das ist wieder Gleichstand. Das ist nicht gut. Also voll Gleichstand. Genau deswegen ist das nicht gut. Okay. Lass das. Böse grüne Katze. Wird das gerade voll unsympathisch. Ihr Grünen bleibt doch mal bei einem. Verdammt. Jetzt hatten die Gelben auch nur einen. Oh, jetzt haben die doch wieder noch zwei. Oh Gott, ist das hier gerade ein Chaos. Oh. Sehr schön. Haben einfach mal vier Verlängerungen draufgelegt, ne? Ja. Nimm einfach eine Minute länger gespielt. Die Eierburg wacht. Wenn ich jetzt richtig sehe, sind wir blau. Nio. Ich werde auf jeden Fall am Anfang, so wie ich das ja immer mache, erstmal Eier nach hinten schmeißen, ne? Lässt mich doch los. Ich hänge fest. Hilfe. Die Brücke wollte mich nicht loslassen. Weiter von der Wand weg, Alex. Dann geht das einfacher. Ich bin jetzt auch, um zu gelb hinzukommen, auch den kompliziertesten oder den längsten Weg überhaupt gelaufen, ne? Einmal ganz außenrum. Ja, habe ich dann auch gemerkt, als es zu spät war. Red Good Butler. Ich dachte erst, er ist Really Good Butter. Das wäre auch mal ein Name. Danke. Danke. guck mal wollte ich das gelb verliert weil ich bei gelb war weil die erst sogar noch verloren ist ja gut ist ja an sich egal gut dass meine eigentlich mehr vernünftig oder sich nicht mehr rausbekommen sonst wären wir dann unentschieden geworden so was spielen wir denn als finale wir waren egal weil die anderen okay das ist das ist bei den eiergerangel sachen gerade bei der großen map halt immer so oder fast immer so die gehen dann halt immer auf die mit den niedrigen punkten das heißt wenn wir am anfang schon und vier einen hohen platz sichern mit punkten dann wird man meistens in ruhe gelassen zumindest so lange bis es dann keine rolle mehr spielt du kommst direkt auf mich zu lass das na 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 lasst mich doch mal in ruhe ja nicht nur das alien hier ich werde auch von einem verfolgt der versuchte gute möglichkeit für mich zu finden mich weg zu krabbeln ich merke das schon da ist ja schon loch hier wir einer von denen ist schon mal weg du hast zu lange gegrabbelt sehr gut ist noch einer von denen übrig und alle von uns sieht nee einer von uns ist weg na jedenfalls noch einer von denen auch übrig ich bin in der luft abgebreitet sehr gut weil ich wollte ich zu ihm hin und ich habe nicht erwartet dass er zu mir springt natürlich bin ich der einzige von den beiden von uns beiden der runtergefallen ist nein wir haben es nicht geschaut ja passiert noch die blöden krabbelpappnasen also bei mir warte die ganze zeit warst du da am ende beieinander er ist halt nach vorne weg geflogen nachdem du ihn so lange gegrabbelt hast wie du konntest und du bist halt ein stück nach hinten dann in das loch gefallen er ist halt so weit genug nach vorne geflogen dass er dann halt die nächste einscholle dann hatte zum überleben noch leider so eine neue situation ist natürlich schwer daran zu denken mache ich auch oft genug falsch aber dann wäre es halt gut so eine neue situation ist natürlich schwer daran zu denken mache ich auch oft genug falsch aber dann wäre es halt gut nicht so lange nicht so lange festzuhalten bis das spiel das von selber weg macht weil wenn du früher loslässt fliegen die ja nicht so weit weg auch wenn ich wie gesagt ich bin da auch selber nicht gut drin dafür grabbel ich nicht genug rum also ich weiß wie es theoretisch funktioniert wie es in manchen situationen besser wäre aber dann dran denken ist halt schwierig auch mit mir war das halt leider auch sehr ungünstig weil ich halt einfach gegen ihn gesprungen bin hätte ich gewusst oder hätte ich darauf besser geahnt dass er jetzt in dem moment da rüberkommt anstatt um zu drehen dann hätte ich ja auch noch gelebt noch aber das war halt auch ein bisschen doof oh hilfe hilfe ich will auch und das war dann ja auch und das ist dann gemacht aber du und becky sind dann fast gleichzeitig runtergefallen noch das war dann auch das war für die situation natürlich auch doof ist sehr viel unsinn passiert in dem dünnen eis hier habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet aber ja sehr schön diesmal durfte ich nicht dabei stehen da haben wir einen rollweg na dann mal los na jetzt stehen wir alle nicht hinten rechts und wir stehen nicht alle zusammen da waren ja doch ein paar lücken zwischen uns oder halt und nicht richtig lücken sondern andere fallgeist na oh steh auf dankeschön oh gott das war trotzdem noch doof hey wurde im respawn nach vorne geschoben weil da einer mit in mir respawned ist ich wollte sagen spring doch wenn ich x drücke auf small red burger sehr gut unser random war der erste von uns ich sag ja ich bin einfach immer nur luft ich werd immer weggeschubt oh gott ich war der neuen letzten nicht mal mehr zweistellig die punktzahl nicht mal mehr zweistellig die punktzahl wir sind halt einfach trotzdem erster obwohl ich fast nichts dazu beigetragen habe sehr gut habt ihr gut gemacht und ich ehrlich so oh guck mal sind ist noch ein dreier squad übrig hier einer der ganz oben links sprung club zwei stangen kanonen machen wir wahrscheinlich gegrabbelt von dem dreier squad wenn die wirklich was machen wenn sie versuchen hoch zu kommen ow erdbeere gewäsch dann laufe ich halt nicht mit hoh dann laufe ich halt hier mit so w 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 umgeschubst. Die blöde Blaubeere hat mich umgeschubst. Jetzt nur noch unser Random da. Und ein anderer. Dann sind wir ja auf jeden Fall weiter. Oh, jetzt ist nur noch der übrig. Alle runter. Sehr gut. Haben wir uns 11 Sekunden gespart. Sehr schön. Ja, unser Random ist voll gut. Oh, guck mal. Schon Finale. Weggehext. Mit ein paar mehr Leuten. Aber ein Dreiersquad dabei ist. Haben wir jetzt schon Finale, ja. Sehr gut. Okay, ich fall erst mal um. Dann hier noch einen schönen Abend, Cat. Und bis dann. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ich bin zu weit gerutscht. Oh, nicht nochmal. Okay, ich wollte sagen, ich wäre fast nochmal zu weit gerutscht. Okay. Okay. Wieso? Unser Ren? Ne, das ist nicht unser Ren, das ist Alex. Der andere ist jetzt auch fertig. Sehr schön. Alex, wieder unser letzter Überlebender hier. Nice. GG. Sehr gut. Hat uns Alex wieder den Sieg in... ...in weggehext gesichert? Ja, das natürlich auch, aber du warst wieder der letzte Überlebende von uns allen, ne? Das war Teamwork und du hast ihn uns dann gesichert. Das war Teamwork und du hast ihn uns dann gesichert. Pam, 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 pam. Man, hier ist schon zweimal zwei Leute mit einem Eiscreme Kostüm. Geht ja mal gar nicht. Können die doch nicht machen, wenn ich das nicht anhabe. Haha. Ich bleibe auf der Seite hier. Nicht krabbeln. Tschüss. Okay. Ah. Ja. Habe ich mir gedacht, dass der noch vor mir ist. Auch wenn er aus meiner Sicht nicht vor mir war. Guck mal, wir haben wieder einen Random dabei, der weiß, was er tut. Oh. Majestic Rolling Cactus. Nice. Haben wir uns erstmal bis jetzt den ersten Platz gesichert. Sehr schön. Für die Leute, die hier mit dem Spiel immer noch nicht klarkommen, ist das natürlich auch immer noch sehr unpraktisch, dass das hier für ein Squadboard auch auf zwei Minuten runtergekürzt wurde, ne? Genau, lass den bis zum Schluss behalten. Und am liebsten einfach random noch eine Show danach direkt, ne? Ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, aber cool wär das schon. Ja. 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 Wir müssen gleich wieder mit dem Spiel. Ich kann jetzt mal einen ganzen Tag sehen. Ja. 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 Ich darf wieder nicht bei dem Rest von uns stehen. Hier der Random oder was? Ich weiß nicht, dauernd nicht bei unserem Squad stehen darf. Komm schon. Okay. Wäre jetzt doof, wenn die Tür falsch gewesen wäre, weil dann hätte ich den ganzen Weg nach rechts rüberlaufen müssen. Zwischen Becky und mir war echt noch jemand, der dazwischen ins Ziel gelaufen ist. Wow. Aber wann Becky und ich so ganz knapp beieinander, ne? Achso. Das natürlich auch, ja. Ich dachte, meint es den Rähnen. Einfach beides. Die VIP-Kanonade. Mir ist gerade noch ein Argument eingefallen, warum ich nicht einfach irgendwelche Randoms mitnehmen will. die in den Chat kommen und fragen, ob sie mitspielen dürfen. Weißt du, wenn die Person, die hier reinkommt, halt einfach nur total, auch noch total schlecht ist und sich einfach nur von irgendwem besseren Carrying lassen will? Hätte ich auch keine Lust drauf. War gerade mal noch so spontan eingefallen. Wenn ich irgendwen Carrying will, dann will ich die Person wenigstens kennen. Und um das klarzustellen, ich meine niemanden von euch, die gerade mitspielt. Nicht, dass mir das gleich wieder vorgeworfen wird. Weil ich auch immer noch genug Unsinn mache und auch genug Runden gecarried werde, nicht wahr? Ich wusste, dass du was sagen wirst. Ich wusste. Ich wusste. Ach ja, ich habe euch schon gern. Oh, guck mal, das Spiel, wo uns Alex wieder einen Sieg holen wird, habe ich gehört. Weggehext. Weggehext. Na dann mal los. Dann schauen wir mal. Nee, ist ja alles gut. Habe ich nicht vor. Oh, da ist ja einer runtergekommen. Was war das denn für ein Sprung? Okay, räumen wir den mal noch weg. Okay. Oh, hier will ich auch gar nicht mehr sein. Gott, ich bin schon unten. Verdammt. Ist unser Random noch da? Nein, schade. Schade. Freezing Fizzing Fizz. Das ist auch ein Name. Best Stream. Zwei Leute, die so fast gleich, zweimal das fast gleiche Wort in ihrem Namen haben, ne? Was war das denn? Die hat einen Namen, ne? Und dann war dann Kalli irgendwas Unicorn auch noch. Zwar unerschön, dass die gewonnen haben anstatt wir, aber die hatten interessante Namen. Ja, ne? Und dann auch noch mit zwei solcher Leute im Squad zu sein. Zwei Leute sind, die halt so einen Namen haben, wo zwei Wörter eigentlich das gleiche sind. Oder halt sehr nah beieinander. Irgendwann sehen wir noch einen Squad. Oh Gott, da haben wir vier Leute, die das so haben. Pass auf. Irgendwann. Oh, ich stehe mal nicht weit weg. Diesmal ist Alex der, der von uns getrennt ist. Oh, okay. Ich und unser Random wurden nach vorne weg geboostet. Das ist ja doof. Oh. Ich hätte nicht springen sollen. Oh, okay. Alles gut. Nichts passiert. Immer noch alles gut. Sehr schön. Doch schon mal noch wieder auf den ersten hoch. Und einmal weggewischt. Oh, doch nicht ganz. Das war jetzt nicht so schlau. War immer noch durchgekommen. Best Dark Villain. Oh. Als Regenbogenkatze getarnt. Hey, und es sind mal weiterhin nur Vierer-Squats. Wow. Tut es das? Ja, das ist sehr schön. Müssen wir das endlich nicht mehr sehen. Ist das also endlich kein... Also behält Twitch das jetzt, ja. Dass Ständig jetzt gesagt hat, es kommt weg. Oder eine Option dafür. Zumindest macht er das ja immer so. Dass solange das nur ein Experiment von... Von Twitches Seite ist. Dass er die Sachen dann noch nicht wegmacht. Und die Leuten erst mal sagt, sollen sich dann bei Twitch beschweren gehen. Dass es vielleicht erst gar nicht ein richtiges Feature wird, ne. Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, dass er das immer noch so tut. Und dann geht's. Das war schön. Hey. Alex ist auch bis oben hingeflogen. Sehr schön. Auch noch dritter. Nice. Becky ist auch drin. Haben wir hier ja wieder richtig abgeräumt, ne? Der Random ist auch gleich da. Sehr schön. Auch nochmal 20 Punkte. Ist es das? Ja. Das ist ja uncool. Oder unter Zeitdruck. Das klingt ja nicht nett. Das ist ein schönes Muster. Einmal im Zickzack runter. Das klingt nice. Aber wahrscheinlich auch nicht einfach. 15 klingt ja doch schon relativ hoch. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay. Gibt es da irgendwie ein Maximum an der Stufe, die es da gibt? Oder würde ich das theoretisch immer weitergehen? Unser Keen Secret Hero ist rausgeflogen. Oh Gott. Oh nein. Oh, was habe ich denn getan? Ups. Das war jetzt unschön. Ich bin ja schon ewig nicht mal hier in den Schleim gefallen. Aber das war uncool. Besonders da oben bin ich halt schon... Wenn ich in den Schleim fliege, dann ja eher unten. Am Anfang. Aber da doch nicht. Ja, aber dann ist das Maximum einfach nur so gut, wie die Leute das schaffen, ja. Und natürlich wird das irgendwann so schwer, dass das halt nichts mehr wird, ne? Aber hier haben wir eigentlich gerade zwei Plätze auf einmal verloren mit einem, mit einem, der ins Ziel gelaufen ist. Okay, wir sind noch weiter. Dann haben wir wieder Team abschweigen. Ich gehe davon aus, wenn der Teil mal abläuft, dann ist diesen Stunz einfach zu Ende oder was passiert dann? Oder könnt ihr dann einfach weitermachen und der Stein levelt sich dann noch nicht weiter? Oder geht sogar dann eine Stufe runter. Das klingt ja uncool. Das ist meins. Ich habe gesagt, das ist meins. Oh, jetzt ist der da lang gelaufen. Oh, dann nehme ich halt den. Ja, aber wenn ihr es im Zeitlimit dann nicht schafft, dann ist er fürs nächste Mal wieder noch Stufe 14. Okay. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das dann so ist, aber trotzdem. Ist ja trotzdem doof, dass er dann wieder Level verliert. So, was dürfen wir denn als Spiel vor dem Finalspiel spielen, wenn es kein Finale ist? Pinguin Patrouille. Das ist ja nicht so gut. Ich sage das. Pinguin Patrouille. Ich sage das, nicht so. Ich sage das nicht. Ich sage das nicht. meins das sieht ja jetzt noch nicht so gut aus ich wollte nicht in den ventilator der hat bis da rüber geflogen das ist jetzt meiner ich habe gesagt das ist meiner er hat mich erwischt verdammt wie use ich den ventilator hier noch für immer sehr schön das kann ich mir auch vorstellen müsst ihr wirklich alle genau die gleiche stufe haben oder geht das dann ihr könnt einfach die stufe spielen von dem der den niedrigsten stein hat weil das wäre dann für die anderen steine irgendwie wir haben da am ende noch gut aufgeholt als ich endlich mal ein pinguin habe und dann einfach in dem ventilator geblieben bin die es nicht geschafft haben mir den wegzuleben habe ich mir auch bei irgendwem mal abgeguckt seitdem die strategie mit dem rumspringen nicht mehr funktioniert haben wir jetzt dünnes eis wieder als finale sehr schön nicht mehr Das war's. Oh Gott, ist ja nur noch einer von denen übrig, ne? Trotzdem vorsichtig, mach nicht, dass wir uns alle mit mal verlieren, ne? Sehr wilder, sehr doof. Oh, wir haben's geschafft, sehr gut. Mist, ich konnte nicht zuerst runterspringen. Alex, mach schneller. Gigi. Hab ich wieder ne Krone voll? Sehr gut. Noch fünf Kronen, dann hab ich meinen nächsten Kronenrang. Das war doch wieder schön. Haben wir auch schön schnell fertig, ne? War noch so viel Eis übrig. Die holen, die schaffen wir auch noch. Eine Runde gewinnen wir heute bestimmt noch. War noch so. Hier sind keine 60 Leute. Dann hoffen wir mal, dass unser Squad trotzdem voll ist. Wir stehen schon mal nicht hinten rechts und wir sind voll. Sehr gut. Und unser Reindeer bewegt sich. Oh, dreh dich doch nicht in die Richtung. Oh Gott. Hilfe, ich möchte wieder aufstehen. Falschen Ball ausgewichen. Ich dachte, der Hammer erwischt mich noch. Sneaky Sneaking Skelly ist der Name von unserem Random. Nice. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Ich war auf jeden Fall mal beides. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich als letztes gewesen bin. Die Eulen von Horde und Allianz sahen unterschiedlich aus, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die Moonkins oder wie auch immer. Wenn die unterschiedlich waren, dann... ...weben auch immer die dunkleren. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Eigentlich wusste ich das mal noch, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ich weiß, dass meine Eule dunkler war. Nee, hellbraun hatte ich... Nee. Dann war ich Allianz. Am Ende dann, wo ich dann... Das ist jetzt die letzten Male, als ich dann gespielt habe, wo ich den Charakter mehr hatte. Wo auf welchem Server das auch immer gewesen ist. Wo auch immer ich gespielt hatte. Das klingt richtig, ja. Ja, ich glaube schon. Ja, doch. Oh, ho, ho. Ich glaube, du hast mich das schon mal gefragt. Da wusste ich aber genauer, was ich war. Aber jetzt ist es mir gerade wieder nicht mehr eingefallen. Schneepal-Überlebenskopf. Na, mal schauen. Unsere Startposition ist schon mal wieder gut. Aber es sind ja noch sechs Squats. Das heißt, es könnte weniger ein Problem werden. Aber es ist trotzdem doof. Wir werden sehen. Okay, jetzt sind wir schon mal einen hoch. Okay, alles gut. Nichts passiert. Keinen Grund, komische Geräusche von mir zu geben. Guck mal, so weit, so weit. Auf dem zweiten hoch. Und sogar auf dem ersten. Ganz am Ende noch. Ich weiß, deswegen habe ich das ja auch gesagt, ne? Das wäre ja langweilig, wenn ich das sage, wenn ich noch keine komischen Geräusche von mir gegeben hätte, ne? Sprungprobe, das holen wir uns aber nach. Das können wir. Ja. Das können wir. Oh, das war nicht gut, nach hinten zu laufen, aber das ist noch okay. Okay. Okay, wir sind hier schon mal zumindest soweit sicher, dass eine Plattform übrig bleibt, ne? Hier ist jetzt nur so voll. Das Problem ist jetzt halt der da drüben, ne? Der muss weg eigentlich. Hier ist ja nämlich auch noch das gleiche Problem wie... Was wir schon mal in Schneeball-Überlebenskampf haben, wenn mehrere Squads am Ende übrig sind. Gewinnt halt einer random, ne? Ich wurde angegrabbelt, aber ich habe es überlebt. Du blöder Affe. Wortwörtlich. Okay, jetzt ist er weg, ne? Okay. Okay. Naja, Timer hat es immer noch fünf Minuten hierfür, ne? Ich kann der da drüben mal runterfolgen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr schön Aber schon mal über 100 Punkte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Flieg doch nach vorne Einfach geradeaus Ja, das ist okay, wir sind ja auf jeden Fall weiter, ne? Hoffentlich geht er nicht raus Oh Aber irgendein anderer Squad hat noch eine Person verloren Schauen wir doch mal, was das hier wird, ne? Ich möchte definitiv hinten stehen Weil es ist für mein Hirn schon ablenkend genug, wenn ich auf die Sachen falsch rum drauf schaue Das ist furchtbar Gott, wir haben jetzt schon Plätze gut gemacht Gut, dass ich das nicht mehr auf meine Hälfte als ich mir die Hälfte Oh Und Oh 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 Das war's für heute. Da haben wir noch jeden, so gut wie jeden von uns verloren außer mir. Sehr gut. Aber wir waren ja eh schon die ganze Zeit Erster, ne? Also für daher. Weil das ist ja total egal. Jetzt hat wieder noch ein anderer Squad eine Person verloren. Sehr gut. Doch noch nicht alle drei erst kurz weg. Jetzt wieder ein Schneeballüberlebenskampf. Starten wir auf dem fünften, so gesehen. Wir ticken ja jetzt direkt hoch. Genau. Dann hoffen wir mal, dass von den einem der anderen Scots vor uns jemand rauskriegt. Ich mach hier ein einzelnes Loch hin und zwei Sekunden später fliegt da einer rein. Das war ja aber wunderschön. Der war gut. Nice. Das fand ich jetzt gut. Das fand ich lustig. Sehr schön. Das haben wir ja doch auch, oder? Der war gut. Hat mir gefallen. Ach ja. Nee, ich bin doch nicht schadenfroh. Ich doch nicht. Das freut mich gerade viel zu sehr, ne? Hey, weggehext. Oh. Ist mal fast an Alex hängen geblieben. Oh. Oh. Ja. Ich hab doch springen gedrückt, man. Oh Gott, nein, nein, sprich doch! Und da sind wir raus, schade. Die sind auch sehr einheitlich mit ihren Farben, ne? Einfach nur dieses Weiß und Kaffeefarben. Hauptsächlich. Schade. Aber trotzdem auch voll in Ordnung, ne? Hey, wir haben 200 Squatshows voll. On-Stream. Sehr gut. Und fast jede zweite davon ging bis ins Finale. Und mehr als zwei Drittel von der, die im Finale waren, haben wir sogar gewonnen. Nice. Oder sind sie zu, sie müssten zwei Drittel ungefähr sein, ne? Sogar fast genau auf den Punkt. Wenn wir ein Finale weniger gehabt hätten, dann wären es genau zwei von drei Finalen, Finalrunden gewonnen. Na komm, fang an. Und insgesamt ist das dann auch ungefähr eine von drei Shows insgesamt gewonnen, ne? Knapp drunter, aber das zielt. Knapp drunter, aber das zielt. Komm schon, lass mich fliegen. Nicht ganz. Gut, dass die Faust da war, dann bin ich immerhin nicht runtergefallen. Hätte ich jetzt auch nicht so laufen müssen, na? Krabbel mich doch nicht an, das war mein Plan. Mann. Der Random ist weg, das ist natürlich doof. Hab ich gar nicht gesehen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch raus, oder? Ja. Ist ja jetzt noch... Waren ja noch nicht alle fertig, ne? Ist Burgerkostüm in schwarz? Was gibt's in schwarz? Habe ich, glaube ich... Habe ich gar nicht mitbekommen, glaube ich. Oder ich hab's wieder vergessen. Dann hab ich grad nicht hingeguckt. Ja. 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 Oh ja, an die Umfrage erinnere ich mich tatsächlich noch, aber... Jetzt, wo du's wieder sagst. Aber danach hab ich... Genau, hab ich auch nichts von mitbekommen mehr. Nochmal. Komm. Zeig's uns nochmal. Habe ich gleich zwei Sachen, die ich zusammenpacken kann dafür. Ich... Ich hab jetzt schon sehr stark das Gefühl, dass das dann jetzt wieder passiert, ne? Dann mach ich dich mal schon mal wieder aus. Ah... Ne, du kannst erst mal noch anbleiben. Vielleicht... Ganz vielleicht ist es ja doch normal. Ich geh nicht von aus, aber hey. Ja, da sind die ganzen Mediatorik... Folge ist schon wieder mit reingemischt. Ich darf mir gar nicht mal hingucken! Oh! Buuu. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Jetzt sehen wir immerhin wieder was, ne? Ach ja. Oh, oh, Obstkanonen waren da auch wieder bei, ich sehe ja gerade was runterfliegen. Du Timer kannst erst mal noch aufhören. Ja, schauen wir doch mal, ob es noch weiter geht. Oh. Oh. Wir sind wieder, wir sind nicht mehr wieder oben. Unser Random ist halt noch drin. Oder irgendwer von uns ist nicht mehr disqualifiziert nach der Anzeige da oben. Das Spiel ist halt so überfordert. Nee, ich war ja auch raus. Steht doch, stand doch die ganze Zeit noch auf meinem Screen, ne? Ja, aber das X wird ja oben auch angezeigt, wenn du disqualifiziert wirst und nicht nur, wenn du disconnectest, ne? Dann machen wir das halt zum Abschluss vom Stream noch und uns den Quatsch nochmal anschauen, na? Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut, ist ja fast wieder mit der Nacht. Haben wir das nochmal zum Abschluss, sehr gut. Wie heißt denn diese Dinger noch, die du anstupsen kannst und die dann auch so rumwackeln? Mir fällt der Name immer noch nicht ein. Ist halt schon ein sehr interessanter Zufall, dass das ausgerechnet heute passiert, wo sie da den Tweeter gemacht haben, von wegen wir testen da den Kram für 4.5 und das Wackelköpfe. Nee, bei denen wackelt nur der Kopf, ne? Es gibt doch auch diese Dinger, wo das halt mit dem Ganzen ist, wie die jetzt halt, dass das ganze Ding rumwackelt, ne? Was passiert hier? Ein Bug passiert hier. Wir sind gerade eben in eine Show rein, dann wurden wir einfach zurück ins Hauptmenü geschmissen, ohne dass es gesagt hat, dass wir disconnected sind. Und wenn wir dann wieder in die Show gegangen sind, ist das passiert. Jetzt ist jeder nicht Mediatorik vorgehalten nach meiner Anzeige, Becky. Ist schon das zweite Mal, dass das heute passiert. Auch wenn wir es nicht sehen, irgendwer qualifiziert sich halt schon wieder. Auch wenn wir in einer Squatshow sind, aber die Anzeige für Solo-Mode ist, ne? Ach ja. Der Timer ist aber der für ein Squad-Boat, ne? Oh mein Gott. Was ist ein Quatsch. Vielleicht kommen wir ja diesmal bis ins Finale damit und bleiben nicht an irgendeinem Survival-Game hängen. Oh, das ging aber schnell hier rüber. Okay. Das ist so bescheuert. Oh, wieder VIP-Kanonade. Das heißt, wir bleiben gleich wieder hier hängen. Das ist ja doof. Aber ich will, dass es weitergeht. Ich will die Finale sehen. Vielleicht funktioniert es ja dieses Mal. Explosion. Explosion. Oh. Noch irgendwer, der oben ist. Oh. Sieht nicht so aus, ne? Schade. Ach ja. Mal schauen, was dieses Mal passiert, ne? Also, ich bin der oben auf,、 oder? Oh, das war das. Ich kann das mal sehen. Ist ja vielleicht da schon irgendwas zu getweetet? Weil ich seh da schon die Videos drunter. Sieht nicht so aus. Oh. Hey, wir sind immerhin hier angekommen. Das heißt, wir haben ne Chance, dass wir mehr sehen. Auch wenn hier kein Vollgai mehr rumsteht. Komm schon. Oh, es geht weiter. Zehenspitzen. Ja gut, dass wir uns das nur anschauen müssen. Und dass ich das nicht spielen muss. In mindestens einem stehen jetzt sogar zwei von denen drin rum. Habe ich gerade gesehen. Da waren zwei Media. Ja, da steht jetzt überall mindestens zwei drin. Uh. Hey, man, ich habe es bis auf das Spielfeld geschafft. Oh, guck mal, die Walzen bewegen sich gar nicht. Da verschwinden einfach welche der Felder. Sehen wir gerade, wie die Felder von dem tatsächlichen Spiel verschwinden. Während wir diesen Unsinn hier sehen. Das sieht ja schon sehr stark danach aus, ne? Was ein Scheiß. Oh, Mann. Oh. Bis jetzt haben sie es Ende gefunden. Sehr gut. Oh. Ja, du bist immer noch dabei. Du bist auch wieder jeder. Ist auch schön. Die Leute, die dann ins Ziel kommen, die verschwinden hier. Die spawnen dann erst, wenn sie ins Ziel kommen. Ja. Das heißt, obwohl sie den Weg schon gesehen haben, schaffen es mehrere Leute wieder nicht an den Walzen vorbei. Oh, jetzt kann ich nicht mehr durchwechseln. Also anscheinend nicht alle Leute so, aber manche. Oh. Oh, Mann. Runde beendet. Runde beendet. Oh, es kam nicht noch mal. Oh, was spielt die Lobby als Finale, ist doch bestimmt jetzt Basketball. Hey, wir haben es ins Finale geschafft. Guck so, es wäre das schon fast eine schöne Spectator-Kamera, ne? Und boom. Das sind sogar mehrere Fälle ineinander gespawnt. Ja, nice. Ich spawne immer mehr. Wenn neuer Ball spawns, spawnen auch noch mehrere, oder? Taucht einfach so noch Bälle auf. Und da ist endlich mal einer gelandet. Da hinten ist einer reingeflogen. Huh. Oh mein Gott. Was ein Scheiß. Oh. Ja, mindestens zwei. Ich glaube, es sind sogar drei. Es sind gerade drei Goldene auf einmal gespawnt. Da waren jetzt auch fünf, ne? Ja, das sind mehr als zwei. Das sind mindestens fünf, so wie es aussieht. Okay, hat sich gelohnt, auf ein Finale zu warten, ne? Oh, es ist so wunderschön. Guck mal, wir sehen, dass Kraft fällt durch. Durch den Regenbogen. Sah man das schon immer, oder ist das jetzt nur gerade so, ne? Oh. Das ist wunderschön. Mehr goldene Bälle. Ja, ich sage, es sind mindestens fünf, die auf einmal spawnen, ne? Oh. Oh, hört ihr? Sehen wir jetzt hier keinen Endscreen? Oh. Das ist jetzt enttäuschend. Bleiben wir hier jetzt hängen, ja? Sehr gut. Ja, ich glaube, dann kann ich jetzt rausgehen, ne? Ich glaube, da passiert nichts mehr. Oh, halt. Oh, meine Verbindung wurde einfach getrennt. Was ein Ende für den Stream. Sehr schön. Dann habe ich ja jetzt gleich nach dem Stream direkt was zu tun, da. Erstmal da ein Video draus machen. Gleich aus zwei solcher Situationen. Das war doch mal was heute. Und dass wir so schön viele Bälle da rumfliegen. Ja, haben sie. Das war... Dafür hat es sich doch jetzt nochmal gelohnt, dafür zu warten. Ob wir ein Finale sehen oder nicht. Ist genau das Richtige dafür gekommen, ne? Wunderschön. Wunderschön. Ach ja, ach ja. Ja, mir hat es heute auch auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Hat mich auch wieder sehr gefreut, dass ihr mitgespielt habt. Erstmal doch mal danke schon mal dafür. Ja, und dann... Der Plan wäre ja dann erstmal, wenn ich morgen wieder da bin, schauen wir uns die... Portal 2 Mod an, die ich da ja schon gesagt habe, die ich mir anschauen möchte. Die heute während meinem Stream irgendwann rausgekommen ist. Da bin ich auch sehr drauf gespannt. Das wäre nämlich von dem Trailer, den ich vor Monaten mal gesehen habe, schon echt interessant aus. Das wäre der Plan dann, ja. Und wenn ich morgen dann wieder da bin, das Spielchen mit dem, dass ich euch dann da Bescheid sage. Das kennt ihr ja jetzt auch schon. Würde ich bald am liebsten schon wieder einen extra Channel haben, wenn ich da jetzt jeden Tag dann sage, wann ich streame und was. Die Leute, die das dann so nicht mitbekommen wollen, dass die das dann auch nicht wissen. Halt selbst, wenn sie nicht gepinkt werden, ne? Und die Rolle müsste fast schon anders heißen. Ich mache mir schon wieder Gedanken um Sachen. Ja. Dann euch auch mal noch fürs Mitspielen, habe ich ja schon Danke gesagt. Dann aber euch auch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Egal, ob Lurker oder Chatter oder irgendwas dazwischen. Und ja. Dann würde ich euch allen jetzt noch einen wunderschönen Abend wünschen. Eine gute Nacht. Und bis dann. Tüdelü. Tschüss. Na. Bis zum nächsten Mal.